und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben freizeitstrategen da draußen today we have two games to play aber wir fangen heute erst mal mit einer neuen runde total war mal drei an und werden dann nach ungefähr drei stunden einen sponsored stream haben denn prime matter hat mich quasi gesponsert das spiel crossfire legions euch zu zeigen und das machen wir nachher dann mal für zwei stündchen oder vielleicht auch ein bisschen länger ein klassisches rts sage ich jetzt mal dass du ein klein wenig an commander conquer oder auch an starcraft erinnert hallöchen an den mark ich grüße dich du bist heute der erste ein früher vogel sozusagen ich weiß nicht welchen wurm du fangen willst aber auf jeden fall bist du der erste ich grüße dich so und wir können jetzt auch gleich natürlich auch darüber sprechen hallöchen auch candy schönen guten abend auch an dich willkommen willkommen auch an den instant classic hallöchen auch ein jammokles an lürion schön dass ihr da seid ihr dürft im grunde jetzt schon gleich mal so eure vorschläge reinballern was wir denn heute für eine neue runde anfangen ich bin ja offen für fast alles solange es eine fraktion ist die wir in letzter zeit noch nicht gespielt haben hi sarkas guten abend willkommen hallöchen auch in den salty king dankeschön für deinen reside im achten monat willkommen 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 freut mich dass ihr da seid endlich mal wieder warheimer vor allem endlich mal wieder eine neue runde ne ah ja und übrigens auch das hier also die streams werde ich dann aufteilen entsprechend werde ich aber auf meinem neuen mörp uncut kanal auf youtube veröffentlichen wird es also quasi runterladen von twitch um dann da wieder hochzuladen damit ihr dort diese videos und demands in der zukunft dauerhaft euch anschauen könnt falls ihr den stream nicht vollständig schauen könnt einfach ausrufezeichen uncut in den chat dann bekommt ihr den link zu meinem neuen uncut kanal hallöchen an estimo an destroyer an jack rip hallöchen auch in parasa cool instant classic meinst du bist sowas von süchtig nach diesem spiel nach warmer 3 ja also tatsächlich es macht mir auch mega spaß vor allem weil es sich hat auch ein bisschen anders anfühlt als warmer 2 bin mal gespannt es ist ja noch nicht fertig ist ja immer noch offiziell beta ne also da sind da noch einige fehler drin keine frage es gibt einige sachen wo sich die leute zurecht beschweren und ich merke auch immer wieder an zum beispiel gerade so die verteidigung ist derzeit von siedlungen eigentlich im vergleich zu warmer 2 überhaupt nicht möglich selbst große siedlungen kriegst du nicht verteidigt was ich echt ein bisschen bitter finde aber ich hoffe dass da sie da noch mal ein bisschen das eine oder andere in die hand nimmt und ändert hallöchen auch an lukas jam willkommen mein lieber hallöchen auch zauberer schön dass ihr alle da seid so destroy man endlich karl franz ne also wir können karl franz zur auswahl setzen also leute das ist jetzt erstmal immer noch nur die erste overview wie gesagt ihr dürft euch jetzt hier äußern was wollen wir denn für eine neue runde anfangen denn wir müssen jetzt erst mal wieder entscheiden was wollen wir denn machen denn es sind so viele ganz im ernst spielen kann ich sie alle ich hätte bock auf bretonia ich habe bock aufs imperium ich habe theoretisch auch bock auf grün heute ich habe auch bock auf ja noskar würde ich sogar mir auch mal anschauen ich hätte auch bock auf echsen ich habe auch bock auf ogre ich würde auch noch mal eine chaos fraktion spielen ich bin da tatsächlich offen für so gut wie alles guten abend grafen ulm willkommen zauber meint wie wärs mit kartei ja haben wir auch noch nicht gemacht jetzt hier in der immortal empires kampagne hallöchen in nemesis lektor schönen guten abend und willkommen hallöchen auch an den alfredo paul hallöchen auch marunga schön dass ihr alle da seid hallöchen jezebel okay also ich sehe gerade nicht mehr für den imperator noskar imperium imperium ähm als imperium zur verteidigung schon herausragend habe ich gehört habe ich echt gehört ja soll echt knallhart sein weil die stadt halt einfach keine mauer hat empire coast folgt mal erst mal die hauptfraktion dann können wir darüber nachdenken gruftkönige hatten wir schon shadow storm ganz am anfang deswegen wollte ich als ich habe kalida gemacht ähm wir haben alle und ich habe festgestellt die sind sehr stark also kalida war sehr stark zumindest in meinen händen ähm und die anderen habe ich noch nicht angespielt so wirklich wobei doch ich habe einmal ohne euch das war so ein ganz ganz früher test habe ich auch ähm den den arkan den schwarzen angespielt den fand ich auch deutlich besser als in warmer 2 hallöchen auch an verde guten abend portiel ist da hallöchen asi ray willkommen willkommen meint tier menschen okay äh wir können fünf sachen zur auswahl nehmen äh zauberer hast du einen stift ähm lassen wir mal auf jeden fall weil es so laut geschrien wurde das imperium mit reinnehmen ähm lassen wir mal katai mit reinnehmen dankeschön übrigens an gindwen für den äh im zweiten jahr 24 monate bist du dabei dankeschön mein lieben vielen lieben dank zauberer ist im lock ist der hans da der muss ich ja gleich alles selber machen gut dann mache ich das selber also wir machen einen boller lol äh das heißt aber dass ich jetzt gerade eben nicht wirklich lesen ah du hörst zu okay also zauberer ist doch noch da also einmal imperium auf jeden fall mit reinnehmen in die liste wir nehmen auf jeden fall mit rein katai weil das wurde es auch schon mehrfach genannt ähm mal gucken was wurde denn noch mehrfach genannt ich muss gerade eben nochmal hoch scrollen norska wurde ja okay das war die doch doch war mal norska wurde auch zweimal genannt mindestens nimm mal norska noch mit rein ähm halte ich bin solostius grüß dich und nicht mal überlegen waren tiermenschen auch mehrfach tiermenschen haben wir einmal gemacht da war allerdings der große blutbulle der ist am anfang relativ knifflig gewesen aber danach ging ja eigentlich sind ware sehr stark ähm ja komm dann nimm mal äh skaven mit rein und rein test halber noch mal bretonia ich will bretonia unbedingt jetzt jedes mal rein haben um zu zeigen dass es nie gewählt wird es ist nämlich langsam aber sicher schon ein meme also bretonia ist mein call an der stelle der fünfte so leute ähm für euch nochmal weil ihr jetzt alle da seid und hoffentlich gerade eben ganz kurz zuhört heute haben wir doppeltes programm wir spielen jetzt bis 20 uhr den anfang warmer 3 mit der neuen fraktion und danach habe ich eine vertragliche bindung nämlich einen gesponserten stream ich soll euch nämlich das spiel crossfire legions zeigen dafür bekomme ich geld deswegen steht danach auch werbung dran das ist also quasi ein paid stream würde mich aber freuen wenn ihr euch das spiel auch anschaut ich kann euch jetzt schon mal so ein klein wenig spoilern es handelt sich dabei um ein rts also ein echtzeitstrategiespiel das euch so ein klein wenig vielleicht an command and conquer oder vielleicht auch an starcraft erinnern könnt ihr so grob vom spielablauf her so nur damit ihr bescheid wisst so der poll läuft ihr könnt also jetzt schon äh abstimmen also wenn es äh skaven würden würde ich auch glaube ich den ikit tatsächlich nehmen und dann machen wir nukulare dinge nukula das wort heißt nukula hallöchen stack grüß dich und hallöchen auch ein trap dogma hallöchen auch ein bierisch bierischer ich hoffe ich habe es richtig gesagt bierischer nein das soll nicht so kennen die hast du auch wirklich mörbsans also ich schreibe es nochmal weil das soll eigentlich bis zum ende also so geschrieben sein ich habe also ich kann auch gerade eben nochmal nachschauen aber soll eigentlich schon haben wir meine bilder hier auf dem zweiten pc habe ich jetzt hier nicht das muss ich doch eigentlich haben ne aber es müssten eigentlich schon es müsste eigentlich gehen es müsste eigentlich immer noch der 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 rabattcode müsste nicht genug gültig sein das problem ist ich erreicht da jetzt so schnell niemanden also ich kann da gerne für dich nochmal nachfragen eigentlich war doch dass der bis zum ende des monats gültig sein sollte sekunde ich guck mal gerade eben hier nochmal rein zack ihr seht deshalb gerade eben mal ganz ganz kurz hier mal meinen kauder welsch jetzt hier wo ihr seht ich auch gerade eben schon die banner laut folgen runter lade sekunde wo haben wir es denn wo haben wir es denn da ist es doch zack 31.12 da sollte das gültig sein man sieht es hier dann ist das ein fehler von denen ich würde das an deiner stelle im zweifelsfall einfach mal reklamieren dort direkt ansonsten schreibe ich die auch noch mal an also ich rechne damit dass es einfach oh imperium okay es ist das imperium die empire of man ja gut leute ich denke die meisten von euch wollen dass ich mich mit mit der knüppelharten imperator karl franz kampagne auseinandersetze ist das korrekt sehe ich das richtig der preis stimmt dann ist es einfach nur ein anzeigefehler candy wenn der preis am ende stimmt dann müsste es passen ich sehe da kommen keine widerworte das ist übrigens das erste mal dass ich in warmer 3 den imperator jetzt hier spiele also gut dann ändere ich gerade mal den stream titel karl franz auf sehr schwer in warmer 3 und dann wie gesagt ab 20 uhr crossfire legions du musst es so sehen wir wollen nur das beste für dich ja ja genau an dem film das glaube ich dir sofort also wir machen wir den einstellungen hier komme ich gehe mal hier ich habe festgestellt dass 100 200 echt lang sind ne ich gehe mal hier auf 150 achso nicht mal falsch ich ja doch so hier hin 100 ja das ist in ordnung dann gehen wir mal hier so auf 200 rum so in diesem zeitraum dürfen sie dann auftauchen welche machen wir denn vampirische ich finde bei ich finde vampirische ist eigentlich das coolste was wir eigentlich machen könnten beim imperator karl franz lasst uns eine vampirische äh katastrophe kommen kommen lassen wir mal zum spaß mal 150 prozent einstellen so teilen wir für die frühwarnung 10 äh ja 150 ja so ungefähr passt also wir spielen sehr schwer sehr schwer wie ihr sehen können wir spielen imperator karl franz wir starten die kampagne hallüchen knopfaugen des todes willkommen schön dass ihr da ist dass du da bist ah und hallüchen auch an äh solas veras ich grüße dich und graf von ulm guten abend guten abend so ich war heute wieder im fitnessstudium ich sag's euch äh studium vor allem studio hallüchen äh tresar heute bin ich mal wieder voller meine grenzen gegangen meine beine sie also mein körper sagt montier sie ab ich hab's übertrieben mit der beinpresse ich konnte hinterher fast nicht nach hause laufen hallüchen sudori grüß dich hallüchen auch an ad is dead okay äh solas veras hat's gestern gesuchtet ja also ich hab's vorhin angefangen meine erste runde hab ich verloren gegen die ki dann hab ich gerafft um was es sich für ein spiel handelt weil ich hab den ich hab das sehr sehr kurzfristig jetzt bekommen ich hab's von den ki schon länger bin aber nie dazu gekommen es zu spielen und jetzt hab ich's äh heute kurz mal angespielt für eine stunde und meine zweite runde hab ich gegen die ki gleich gewonnen ich kann's noch solche spiele zu spielen meine ich hallüchen nemesis lektor guten abend so also der franzl okay wir uniten uns jetzt also das ist offensichtlich und da haben wir schon die spalter der steckspalter also gut wir haben hier so wie es aussieht äh die hauptstadt die werden wir gleich hier schon mal verbessern ich kann hm schon mal zwei musketen schützen womit haben wir denn das verdient wir müssen ja ein sehr braver junge gewesen sein also wir werden auch tatsächlich die kampagne nachher erstmal spielen ne also ich hab da die kampagne ganz ganz kurz mal bei crossfire legions reingeguckt und äh die ist schon cool inszeniert muss ich sagen so also reduktion der nachladezeit rüstung kavallerie führerschaft für infanterie geschwindigkeit ja ich finde halt die geschwindigkeit für infanterie ist nie schlecht aber einkommen ist halt auch nicht komm wir gehen mal ausnahmsweise mal auf wirtschaft wir gehen von anfang an auf wirtschaft die männer müssen damit leben dass wirtschaft halt immer das wichtigste ist wir sind im imperium das ist de facto deutschland wirtschaft ist das wichtigste ja ja keine sorge ist auch lehrer das werden wir nachher das werden wir nachher wir nehmen uns mindestens zwei stunden zeit dafür so ich mache normalerweise nicht immer nur quasi die bezahlte zeit ne sondern ich gucke ja auch dann gerne mal rein ich bin ja so ein forscher typ ich bin ja begeistert davon solche sachen einfach mal auszuprobieren ok ihr habt keine fernkämpfe ich mache die normalen schwertkämpfer auf die flanken dann machen wir das ist ja mal eine coole map muss ich mal ganz ehrlich sagen mir gefällt die dann euch so hin wie die romschrein kavalry dahin musketiere dahin und der franzel dahin dann solle es beginnen ich glaube tatsächlich dass ich mit der artillerie auf die da schieße so ihr kommt jetzt hier mit das gleiche range ihn stelle ich schon mal dahin dann kann nämlich hier die tanken für die musketen schützen ach ja der sind geilen nahkampf buff jetzt gehen wir mal mit den reichsgardisten da drüben hin das sieht ja voll spannend hier aus ist ja offensichtlich so eine art tagebau hier oder warum sie immer auf den armen will schießen wollen hallöchen donnerkönig grüß dich jetzt schicken wir mal die imperialen bierhänder rein weil der imperator ist am anfang seiner karriere noch nicht so der harte hund der später sein wird wenn wir gerade ob die auf irgendjemand hier noch zielen oder nicht ich glaube nicht boah die salve hat gerade reingehauen ich sag's euch so die reichsgard bringe ich jetzt erstmal hier in sicherheit die muss hier nicht mehr kämpfen dann geht ihr jetzt hier nochmal zurück also die erste schlacht ist ja deutlich chilliger als im zweiten teil aber wie gesagt das kann es eine momentaufnahme sein ne ja das war ja mal relativ problemlos kommen wir schießen den ist noch mal so ein bisschen in den rücken das wird uns entzücken hallöchen an den wort vartosa oder vartos tschuldigung vartos grüß dich genau we are sigmas es das verstehe ich auch jedes mal obwohl ich weiß dass es erst heißt hallöchen sedo chalapenio grüß dich aber da gibt es ja noch mehr so miss herds hier dem spiel das ist einfach immer total drollig ok komm sie rennen jetzt weg das passt schon wunderbar wunderbar ja also guckt euch mal an was die hier geleistet haben also ich finde es allein schon saustark dass man uns hier direkt am anfang zwei musketenschützen zur verfügung stellt das ähm das ist das ist schon ein macht potenzial es ist deutlich stärker als die armen brustschützen hallöchen hera grüß dich genau will ist nach wie vor target number one da deswegen gibt es auch diesen diesen will im scream ne eigentlich müsste der jedes mal kommen feiert will und dann müsste dieses wääh schrei kommen okay ich mache armee verstärkt oder nicht muss eigentlich gar nicht die armee verstärken ne ich glaube ich nehme am anfang tatsächlich die bonus erfahrung ausnahmsweise mal weil ich rechne nicht damit dass ich doch ich kann da noch hin marschieren okay das ist das ging in warmer 2 nisch das mag ich nicht oh gott ein rüstungs durchdringendes schwertelein okay dann gehen wir jetzt hier auch nochmal rein genau mehr blieb das wenn ein plan funktioniert das ist so ein plan plan es war mehr so ein experiment aber das darfst du den männern nicht sagen du musst sagen es ist ein plan du musst so wirken als ob du voll wüsstest was phase ist kannst du dir nicht sagen also ich glaube ich glaube das funktioniert kommt glaubt nicht so toll an wenn man das macht okay ich stelle euch jetzt hier wieder so auf die kaff da drüben hin dich da hin go warum habe ich dich da drüben das war so nie geplant glaubt dieses mal werde ich nicht ganz drum rum kommen mit allen nahe kampf zu gehen ist so ein gefühl okay das kann natürlich sein ja die sind natürlich ach ich wusste gar nicht dass du in belgien bist ich weiß dass die auf jeden fall region lockt sind ich glaube für halt die dachländer deutschland österreich schweiz ja da fliehen ist tatsächlich die musketenschützen schon hier geht dahin ihr sammelt euch gefälligst wieder sonst bin ich sehr sauer auf euch ihr seid die feigste hunde des imperiums endlich ja dann feuer frei witzig die schießen auf unterschiedliche ziele das gab es früher aber auch nicht jetzt nehmen wir diese schwertkämpfe aufs korn halten ihr könnt eigentlich noch hier bleiben die werden sicher noch sammeln ah ne die sammeln okay wir haben gewonnen hat sich erledigt dann hat es sich erledigt gefecht beendet ähm valos ich weiß es nicht aber es ist das imperium ich erwarte nichts anderes die kunst ist es mit diesem menschlichen crap zu arbeiten und trotzdem zu gewinnen ich sehe das immer als herausforderung für mich ist es ein feature um meinen masochismus hier zu unterstützen ich finde es aber okay wenn das nicht jeder so sieht ach das ist ein ein tee ach vartos ach danke ja weißt du bist bei mir dunkelblau auf schwarz deswegen also vartos einspeichern so gut dann haben wir jetzt hier grünburg genommen dann kann es ja jetzt nur noch grüner werden sozusagen oh geil wir haben ja direkt schon mal die koppelweiden so ob du sehen kannst welcher schadenstyp bei wer redet über warhammer hm machen wir ihn schwer zu treffen ne ich sorg schon mal dafür dass er direkt hier hier die anderen buffs hier bekommen was bekommt er eigentlich später noch ne rang bei der für kommandanten bei der rekrutierung mehr 20 prozent mehr einheitenerfahrung oh das ist cool imperiales sonderkommando reichsgarde oder reichsgarde wird mit nahkampfangriff gesegnet und bonus gegen große feinde für die reichsgarde bi-handkämpfer mhm hauptmänner mehr stufe und einen mehr weniger unterhalt für seine armee und rang bei der rekrutierung plus eins und dann bekommt er selber noch unterschiedlich und mehr waffenstärke die elite des imperators die besten die wir auf dem hof finden konnten ähm bekommen so wie es aussieht hier überall plus 6 nahkampfangriff und nahkampfabwehr allerdings gilt das nicht für die bi-handkämpfer das ist halt wieder etwas was mich total nervt ne die bi-handkämpfer bekommen nicht mehr nahkampfangriff sie bekommen mehr rüstung und waffensteige wie gut ist denn ihr anti-infantrie bonus er ist immerhin bei 10 aber das ist halt wenn man mal bedenkt was die verfluchten der untoten bekommen äh definitiv sehr viel weniger sehr viel weniger ok also wir gucken mal was wir jetzt hier rein rekrutieren können zwei Pistolendudes vielleicht ich nehme mal einen Pistolendude und einen davon so das muss am Anfang leider tatsächlich reichen kann ich bereits schon einen helden rekrutieren nein kann ich eventuell schon mal irgendwas diplomatisches machen ich kann zum beispiel hier eine nicht angriffspakt oder nenn ich mal mit halberkland als allererstes jetzt hier mal einen entsprechenden Deal das freuen die sich über einen nicht angriffspakt so was können wir noch machen Middenland nicht angriffspakt wie gesagt ich habe nicht vor das Imperium in einen Bürgerkrieg zu stürzen ich möchte der gute Imperator sein der Eishof wäre sogar bereit dazu für ein bisschen Geld direkt mit mir zu handeln das machen wir doch glatt mal Talabäckland brauche ich noch keinen Zugang Wiesenland brauche ich auch noch nicht so wirklich ok der gute Karl genau also ich möchte nicht mit blankem Stahl regieren möchte ich damit sagen gut dann ja wird technisch schon Richtung mehr Geld also geht los heute nächste Runde Arlöchen Skyhunter einen schönen guten Abend und willkommen genau der Lord Kommission es ist Charlie Chaplin mit Vollbart genau genau ich möchte halt mit Intrige regieren schreibt gerade Gottes Hera ab und zu verschwinden Leute die lade ich dann zum Essen ein so nennen wir das ok wir haben einen Kampfzauber bekommen das ist ja mal ein Grauer das ist noch Schatten ne ja ja ein Schattenzauberer der hat einen Schatten von Berufs wegen äh dann gehen wir mal da drüben hin dann holen wir uns nämlich als nächstes das da über Thryk also bis jetzt ist der Anfang deutlich leichter der Anfang bevor ich hier wieder falsch zitiert werde ähm den Rest sehen wir dann aber man kann auch deutlich weniger Truppen rekrutieren wie mir auffällt den Gargamel den kannst du haben an Imperium das machen wir gleich Hallöchen Hochland und Karagnorn machen wir auch mal ein nicht anderes Pakt nicht dass die Orks euch wieder gegen mich aufwiegeln ich hab da so ne Erfahrung gemacht den Warmer 2 das war nämlich Karagnorn wenn ich mich recht erinnere äh die von den äh von den Grünhäuten gegen mich als Imperium in den Krieg gerufen wurden ach waren das noch Zeiten ok komm Talabäckland ich mach jetzt hier diese ganzen ganzen coolen Deals hier ok so da da also den Gargamel das ist der Gargamel äh sollte ich mich auch nicht vertippen Gargamel Ludenhof oh mein Gott der sieht aber auch schon so aus wie so ein Ludendorff ey ich sag's euch ein Ludendorff Ack Insta Bild von Captain Picard und Gandalf zeigt Gandalfs Schatten ok ok da gerade eben schreibt hier Ayosha Peters er würde gerne wissen mit welcher Romanreihe man am besten in die Warhammer Welt einsteigt da gibt es sicherlich ein paar unter euch die die meisten oder sogar alle gelesen haben so so also nun gehen wir übers Reich äh da finden wir dann da dürfen wir dann auch Wormontide spielen in dem Fall wird das hier einfach nur berechnet naja es gibt schon einige auf dem Mark Lord Kommissar aber du musst ja die englischsprachigen mit reinbeziehen dann lösche ich mal das dann lasse ich nicht hin übers Reich das und wir rekrutieren boah ich glaube hier nochmal ein paar zwei weitere von diesen Pistolen Dudes weil der Rest ist jetzt schon ganz ganz ordentlich also wir wollen ihn jetzt nun erstmal kommen Disziplin legendäre Anführer Verschleiß leidenschaftlich ich mache ihn jetzt gleich schwer zu treffen komm lass uns den Imperator mal heute ausnahmsweise mal stärker machen Melkords mystisches Miasma kein Zauber den ich feiere hmmm Baton kommen wir auch mal nicht an lospackt ok das wars schon mal der erste Streich dann eilen wir mal zu Eilhart allöchen Neiter willkommen ah dankeschön Vartos du hast dich hier rot gemacht das hilft mir sehr und allöchen Zetra und Sankt Vinius Tja das könnte es ja eine härtere Schlacht werden wenn die jetzt da wenn wir Truppen aufbauen komme ich da ran in diese Runde ich komme ran ja unsere Männer sind dafür eigentlich überhaupt nicht aufgebaut aber ach geht ja nein ich möchte den Helebadir nicht verlieren dann müssen wir selber kämpfen hmmm Dankeschön Zetra für deinen Reset im dritten guck gerade eben du hattest glaube ich eine Frage gestellt aber die wurde glaube ich schon weitgehend beantwortet scroll gerade nochmal genau wofür ist die Leiste oben in der Mitte des Bildschirms achso das da das zeigt das Kräfteverhältnis an das zeigt das also an dass ich jetzt hier zum Beispiel also das ist nicht nur zahlenmäßige Überlegenheit sondern das ist auch Qualität also das hier berechnet quasi nach eigenen Logiken die Qualität und die Menge ich habe mehr Männer 1345 gegen 961 aber kannst trotzdem im Zweifelsfall in manchen Gefechten sehen obwohl du weniger Männer hast bei Orgon ist es ganz intensiv aber nicht nur bei denen dass du dann trotzdem quasi stärker dasteht als der Feind ich habe halt mehr Soldaten und sie sind besser deswegen habe ich jetzt hier so eine ganz ganz klare Überlegenheit ja ich habe noch mehr Energie verloren genau das was ich sehen wollte nicht euch schicke ich direkt dann schon mal vor zum Pistolenballon euch pack ich dahin als Nummer 2 und ausnahmsweise mal seid ihr hier meine Nummer 3 weil ich kann jetzt hier nämlich den Feind kommen lassen relativ problemlos das schöne ist die können ja dem laufen schießen jetzt fahren wir zurück dann plänkeln die uns das mal gerade eben hier zurecht die Jungs jetzt So, es ist ja im Nahkampf hier und wir können hier schon mal ein bisschen ballern. So, es ist ja im Nahkampf hier. 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 Es ist ja im Nahkampf hier. So, es ist ja im Nahkampf. So, es ist ja im Nahkampf hier. 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 Ich weiß noch nicht, was ich hier später machen soll. Haltet die Linie wäre in meinen Augen hier gerade eben ganz sinnvoll. für einen Helden, okay einen Helden muss ich mir erst noch besorgen, Knopf Augen des Todes, denn wir haben momentan nur einen und der hat schon einen oh, das ist ein umbrüche Pendel I take it so, also wir haben jetzt hier alles genommen Rekrutierungskosten, lokale Rekrutierung Wachstum, Einkommen weniger Korruption Kontrolle, ich nehme Wachstum für den Anfang und aufgrund der Tatsache, dass der Gegner vielleicht noch den einen oder anderen Fiesling hat, der reitet oder ein Monster ist nehmen wir jetzt mal zwei Speerkämpfer, auch wenn ich diese Speerkämpfer schrecklich finde ich finde die nicht gut Hallo Hochland dann soll ich mal, dass diese anderen sich jetzt hier, also die anderen Fraktionen des Imperiums sich nicht gegenseitig umbringen wollen das wäre doof Hallöchen App, grüß dich so, also wir haben also jetzt unsere Hauptprovinz gesichert, als nächstes holen wir uns Helmgard und dann müssen wir uns nach weiteren Fiesematenten umschauen Ich hoffe, dass wir mit unseren imperialen Nachbarn gut zurecht kommen Das müssen wir aber dann mal schauen Hallöchen an den Titanic-Taucher schönen guten Abend Bei uns werden gerade leider alle krank Meine Frau und eine meiner Söhne sind am niesen und sich nicht wohlfühlen leider, ich hoffe es wird nicht schlimm So, historisch gesehen wurde das Mutland von Stirland beherrscht doch befindet es sich zur Zeit unter Kontrolle des Kurfürsten eines anderen Staates Stirland Kurfürst äh, Graf Alberich Haupt Andersen hat euch gebeten ihm dabei zu helfen die Provinz unverzüglich wieder uns in seine Herrschaft zu bringen Das würde Stirland freuen Ja, ich muss jetzt hier halt so ein bisschen herum also ich sag mal Stirland ist okay So, Stirland darf das machen Hm Dann brauchen wir hier gerade eben als nächstes möchte ich gerne noch bessere Truppen Speerkämpfe mit Schild Hellebardiere die Armbruchschützen Ja, die Armbruchschützen sind jetzt nicht unbedingt der Oberhammer aber sie sind besser als nix dann machen wir noch ein bisschen mehr Kohle mehr Kohle und ein bisschen mehr Wachstum Mann geht das Geld schnell hier weg Und jetzt holen wir uns noch das da Pios Sieg Huhu Ne, wir belagern Wir haben Zeit Dann, das war der Moment, bei dem wir wunderbar hätten unsere gesamte Armee löschen können. Falls wir genügend Männer hätten. So, da ist gerade eben ein Hype-Train durch. Kann es sein, dass diese Support-Trains, die sind, glaube ich, gerade eben wieder deaktiviert, ne? Da war ich, glaube ich, nur Versuchskaninchen von Twitch. So, noch mehr Handel, noch mehr Nicht-Angriffspakte. Aber, ja, größere Pakte bekomme ich gerade leider nicht hin. Ansonsten bauen wir jetzt hier schon fleißig, gehen wir mal in den nächsten Turn, ist aber gleich die Wirtschaft verbessert. Und guten Abend, Crow, willkommen. Hallö, ich auch an den Josef Gangl. Wie meinst du, das Zauberer, bester Moment, um Geld zu sparen? Für einen Schwaben ist jeder im Moment der Beste. Aber, vielleicht hast du ein Argument. Okay, Sarkaz ist auch krank. Und seine Kids auch. Ja, es ist, äh, die typische Winter-Epidemie, ne? Und wir sind es halt auch nicht mehr gewöhnt. Ich bin in der Wundung, dass es mich noch nicht erwischt hat. Guten Abend, Pirate Verlausch. Willkommen. Äh, ich könnte Imperiale Autorität ausgeben. Ja, komm, ich, ich... Warte mal, man kann doch eh nicht mehr als Imperiale Autorität eins haben, oder? Ich mach mal nichts. Eins plus, okay. Ne, dann ist es okay. Also, dann haben wir uns lieber hier das hier geholt. Ja, ja, man kann mehr haben, aber ich glaube, es bringt einem nicht so viel. Ich weiß es nicht mehr, es ist zu lange her. Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es rausfinden. Vielleicht wisst ihr es aber auch. Mehr Hauptmänner des Imperiums, Kampfzauberer. Forschungsrate. Oh, ja, da bin ich genau ins Richtige reingegangen. Gleich am Anfang Forschungsrate leveln. I like this. Das ist ein guter Gedanke. Immer noch Pyros Sieg. Ja, dann warten wir halt immer noch eine Runde. Ja, ich weiß, dass ich sie später einsetzen kann. Ich weiß gerade nur nicht mehr im Detail, wie. Aber das kriegen wir alles noch hin. So, schneller Handel. Paravent. Bitte einen Nichtangriffspakt und einen Handel direkt vom Staatshaun brechen. Oh. Karagnorn. Man kann in Warhammer 3 in der Beta Immortal Empires so reich werden durch Diplomatie, dass es schon eine Frechheit ist. Danke, Feldmarschallen. Stimmt, ich erinnere mich ganz dunkel. Wieso, ich habe ja schon ein paar Mal Imperium gespielt mit dieser Spielmechanik, aber es ist halt einfach wieder so lange her. Hallöchen, Rupp. Ja, ja, deswegen soll ich es ja spielen. Weil er nicht so einen geilen Start hat. Also das bis jetzt lief ganz gut, aber die grobe Kelle kommt wahrscheinlich erst noch. Aber ich spiele normalerweise gerne auf, ich halte Frieden mit meinen Nachbarn. Die Schädelquetscher sind schon vernichtet. Okay. Jetzt können wir es machen, knapper Sieg. Chuck, Chuck, Chuck. Und besetzen. Jetzt haben wir schon 1800 Prestige. Damit können wir was anfangen. Die Abtrünnigen des Imperiums sind vernichtet und wir haben auch diese Provinz in unser Reich integriert. Machen wir mal Wachstum rein. Jetzt muss ich die Truppe halt hier erstmal wieder hochheilen. Zwei Level-Ups waren unser. Ich bin nun am Überlegen. Speerträger und Schwertkämpfer. Wir haben ja mehr Punkte. Disziplin, legendäre Anführer. Jetzt schlagt er. Das ist am an und für sich nie ein Fehler, den zu haben. Mächtige Schmiede. Blanker Stahl. Komm, wir machen erstmal aus Franzl einfach eine Kampfmaschine. Er hat zwei Level-Ups. Dann nehme ich jetzt hier noch den nagenden Zweifel und die Entkräftung. Was können wir denn jetzt hier bauen? Ich bin doch sicher, dass ich jetzt schon irgendetwas fertig habe. Nein, die sind erst alle nächste Runde fertig. Okay, dann ist es halt so. Festus wird kommen. Ja, ja. Ich gehe auch davon aus, dass der wahrscheinlich über Mittelland rollen wird. Der ist eine größere Gefahr, als es alle Norska-Stämme zusammen jemals waren, ne? Hehehehe. Der ist schon stärker, Rang 56 und fühlt sich deswegen jetzt sehr stark. Hallöchen, Mr. Gemini. Schönen guten Abend. Willkommen. Ja, ich weiß, was Pirate Flausch gerade eben schreibt. Speerträger und Schwertkämpfer lohnen sie später nicht mehr. Das ist absolut korrekt. Das ist aber auch, das habe ich gemerkt, bei Grombrindal. Du kannst selbst in seiner Hauptarmee mit den normalen Zwergenkriegern nichts mehr anfangen. Darf ich jetzt Galbarath mehr holen? Der Bestienschlechter ist es, okay. Also mit einer Fullstack würde ich es wagen. Oh. Oh. Historisch gesehen herrsche Ostmark einst über die Region Essen. Doch sie befindet sich derzeit unter Kontrolle der Kursforsten eines anderen Staates. Wolfram Hertwig, Ostmarks rechtmäßiger Kursforst, hat euch gebeten, ihm dabei zu helfen, seine Herrschaft über diese Lande unverzüglich wiederherzustellen. Ich könnte damit theoretisch das Talabäck-Land schon relativ früh konfederieren. Oder die Lanesreue der Ostmark nach oben pushen. Ich mache das jetzt mal so, ne? Also ich versuche, das jetzt hier auszugleichen. So. Damit nämlich die mir nicht gleich irgendwie einen Strick drehen und mir den Krieg erklären. Weil sie sagen, ne, der ist aber unfair, der Imperator. Na, weil wenn die auf Minus 4 runter droppen, sind wir schon gefährlich nah an so einer Schwelle. Hm. Kann ich demnächst nochmal bessere Truppen rekrutieren? Die Antwort lautet natürlich nein. Hier noch mehr Wachstum bitte rein. Solange die hier mit mir friedlich sind, ist eigentlich alles gut, ne? Also ich versuche jetzt hier unten meine Hauptstadt zu pushen, so schnell es geht. Also auf ein gutes Niveau, was Wachstum angeht. Essen ist eh bald Vampirland, wahrscheinlich. Hi Tinker, mir auch einen schönen guten Abend. Willkommen. Und Deathstack Deluxe ebenso. Die Schwerträger mit Schilden gehen, aber ich würde trotzdem eher die Helle Bardiere nehmen, weil die halt auch noch Rüstungsbrechen sind. Da muss man im Zweifelsfall einfach denen die Abstriche machen, dass die dann halt vor Beschuss nicht so gut sind. Aber ich finde ihre Kampfkraft ist beeindruckend. Zumindest war es in Warmer 2 immer so. Kann natürlich sein, dass es in Warmer 3 sich erinnert hat. Das muss ich jetzt mal testen. Wenn die nämlich schon bei den normalen Bogenschützen alle gleich wegsterben, dann wissen wir, dass es... Tja, das war's dann mit Hochland, ne? Okay, weg sind sie. Hauptstand verbessern. Bessere Truppen, bitte. Oh, und da haben wir natürlich noch das Gas aus dem Roten Mond. Das hätte ich sehr gerne. Fügt Mauern hinzu. Das ist ja mega lustig. War das früher auch schon so, dass es Mauern hinzugefügt hat? Oh! Ich sehe schon was bei Weißmund. Ich könnte mir den holen, wenn ich die Kohle hätte. Ach, okay, hat sich erledigt. Kann ich mir doch noch nicht holen. Mehr Verträge mit den anderen. Imperialen Fraktionen, aber... Noch will keiner so richtig mit diesem Imperator warm werden. Das sind alles Verräter, ich sag's euch. Stimmt, Mark of Chaos. Das ist doch dieses 20 Jahre alte oder 15 Jahre alte, 17 Jahre alte Spiel. Das war doch das mit diesem geilen Sigma-Priester-Intro, ne? Daran erinnere ich mich, nämlich an dieses Spiel, weil das hat mir damals, also es war wahrscheinlich nicht dieses Spiel, aber währenddessen ich es spielte, ging meine damals, und ich war damals als Student wirklich nicht sehr reich, ich war sehr arm, meine erste 500 Euro Grafikkarte kaputt. Ich hatte sie gerade eben erst quasi aus der Qualitätszeit war sie raus. Bekam also keinen Ersatz und dann war sie kaputt. Ich seh noch vor mir, wie plötzlich der Bildschirm nur noch so Quadrate überall hatte. Als ob das Ding so geschreddert worden wäre. Und danach war die Grafikkarte im Arsch. So, Skarven greifen den Staat des Kurfürsten an, Grenzstadt. Avaland wird in der Region Grenzstadt von Skarven angegriffen und bittet um Beitritt. Werdet ihr die Schlacht beitreten oder den Angriff alleine abwehren lassen? Natürlich werde ich ihnen helfen. Ihr verteidigt zusammen mit der Grenzstadt gegen die Skarven. Ja, ich habe genügend von den Punkten. Das kostet halt Prestige, aber dann bekomme ich nochmal bei Avaland mehr Lienstreu und das kann ich echt definitiv gebrauchen. Das Spiel sieht hier einen knappen Sieg vor. Dann machen wir das. Das ist doch völlig in Ordnung. Oh, das bringt mir sogar nochmal ein bisschen Kohle. Ich finde es gut, dass man das berechnen kann. Und ich gezwungen ist, das jetzt auszuspielen. Okay, immer noch sechs Turns, bis der da ist. Dann gucken wir mal, was wir jetzt noch weiterbauen können. Ja, also wir gucken jetzt erstmal, dass wir bei Kohle bleiben, ne? Mehr Wachstum. Guten Abend, Noobstyles. Willkommen, mein Lieber. Für 3.800 möchte ich jetzt hier nicht unbedingt das... Das sind halt zehn Punkte Wachstum mehr. Ja, okay, doch, wir machen es. Ich hoffe, es fällt uns nicht auf die Füße. Ich glaube, jetzt hole ich mir nochmal einfach zwei normale Bogenschützen. Auch wenn ich die wirklich schlecht finde. Also die sind wirklich nicht gut. Hi, Nordland. Die haben immer den Verstand, den Imperator gleich ja schon mal überall durchzulassen. So, und die handeln jetzt mit, ne? Okidoki, nächster Turn. Guten Abend noch an den Mark-Willem Kirchner und guten Abend an Black Nimrod. Ein Kommandant, bitte, Sir von Blub. Machen wir, sobald wir einen zweiten haben können. Aber es gibt auch schon einen weiteren Helden, der in der Pipeline sich befindet. Die Tiermenschen kommen, ja, ja, deswegen habe ich mich auch schon mal bei Altdorf hingestellt, dass, ähm, hm. Muss nicht sein, dass die kommen. Muss nicht sein. Karoburg könnte ich holen. Da hast du recht. Kostet aber Geld und ist gefährlich. Weil das, das muss ich dann auch richtig verteidigen. Oh, guck mal, wer da ist. Jadehüter. Das ist die Gelegenheit eigentlich, um sie zu planen. Aber nee, ich glaube, die kommen tatsächlich zu mir und bringen mir Geld. Guten Abend, Jan. Willkommen. Die handeln nämlich mit mir. Ja, ja, aber ich mache das nicht. Ich bin ja der Gute. Ich bin ja der Gute. Ich bin ja das Imperium. Ähm, kann ich hier schon irgendwas weiteres ausbauen? Ich könnte den hier noch ausbauen. Aber gucken wir erst mal. Wir machen jetzt das, was, äh, gefragt war. An Kurfürsten zurückgeben. Ja. So sind wir. Das mache ich auch jede Runde, wenn es sein muss. Hast du gehört, Weißmund? Jede Runde. Hm, Helm Guard baue ich noch nicht aus. Dann gucke ich, dass ich hier noch ein bisschen mehr Kohle mache. Äh, ich bin ernsthaft am überlegen, ob das jetzt schon eine coole Idee ist. Ich mache mal, äh, Quicksave. Ich werde, das Spiel wird mich dafür hassen und töten. Probieren wir es. Das Spiel nimmt an, dass wir es schaffen. Also ich glaube, das ist auch nicht so mega schwer. Machen wir gleich Mark William Kirchner. Ich habe es gerade eben erst gesehen. Eine Einheit Bierhandkämpfer mit dem Namen Zahnstecher. Ich weiß nicht, Black Nimrod. Das haben wir ja einmal gemacht. Das war ganz witzig. Aber nützlich war es nicht. Also die waren nicht gut, diese reinen Dampfpanzerarmeen. Diese Doomstacks. Da, äh, sehe ich eigentlich keine Zukunft für die. Lückenjohnenwall. Oh, Moment. Bin mal rausgekommen. Oh, Moment. Oh. Ich habe mich verletzt, dass ich die Blöden von unseren Vorbeeren so weit entfernt habe. Ich war nicht wert, aber sollte ich diesen Tag überleben, sollte ich die Ruhige Träger zurück nach dem Meer fahren, dann, mit Ihrer Böden, werde ich den Reikland-Ruhn-Fang nehmen und benutze sie, um unsere Feuern zu spüren, um meinen Weg durch den Siegmarrn. Sind Sie mit mir, Männer des Empires? Weil, wenn die Norden kommen, werden sie hart attacken, wie sie ihre despicable Gäste demanden. Wir müssen bereit sein, sie zurückzuziehen, sie in den Seen, in der Defensive des Empires! Nicht fähig, die Namen zu merken, selbst wenn sie da stehen. Ähm, die Trollhammer-Eisenbrecher habe ich einige jetzt schon mitgenommen. Und die sind wirklich sehr stark, das ist wirklich wahr. Okay, ihr werdet jetzt hier gleich plänkeln und dann einfach zurückfallen. Äh, hab ich irgendwie... Oh ja, ich kann euch hier hinstellen, das ist ja mega! Das ist ja mega! Uuuuuhh! Uuuuuhh! Da drüber. Ihr als Nummer 3 da noch hin. Und die Artie noch da hin. Schwere Reiterei noch hier hin. Ohne Witz, man könnte eigentlich was total Irres machen. Komm, ich mach was ganz was Neues. Etwas noch nie da gewesenes. Eine Strategie, die ich bisher eigentlich nie auch nur ansatzweise in Betracht gezogen habe. Mal eine schräge Linie. Die sollen den Feind schon mal so ein bisschen kitzeln. Deswegen sind die so weit vorne. Die Freischaler-Miliz. Kosaken sind das nicht falsches, äh, falsche Fraktion. Alt. Form a ring of steel! Fire! Free company! All ranks, fire! Knowledge is power! Swiftly. Our orders? Charge! For Heldenhammer! Move in! Ready to engage! Reichsguard Knights! Die habe ich hier gekriegt. I will not stand idle! Now! Our weapons are yours! Jaaaa! Greift an! Jaaaa! Das scheint aufzugehen! Die sind so dumm und greifen die Reichsguard an. Okay. Nahkampf. Kann man machen, muss man aber nicht! Jaaa! 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 Weitere war's! Und der hat langsam aber sicher auch die Nase voll. Vor allem weil er reitet, kann ich ihn wunderbar attackieren. Und jetzt ist der Chef auch da. Der Hügel ist ja ein Traum ey, wenn man sowas hier in normalen Schlachten hätte. Das war es aber noch nicht, da kommt noch eine zweite Welle. Das weiß ich noch. Aus ihren Schiffen strömen noch mehr Feinde. Gut sie werden auch nicht besser oder nützlicher sein für ihre Zwecke, aber... Okay, das haben die überarbeitet die Schweine. Okidoki, das ist neu. Alles klar, das war nämlich früher anders. Zip, 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 zip. Zip, 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 zip. Ja, kommt mal besser da runter. Ja, kommt mal besser. Für die Krieg. Ja, Herr, Herr. Oh Mann ey, ich will doch bloß die Bogenschütze. Warum nimmt der immer alle? Ihr seht, der wählt immer alle aus. Ich kann hier nicht gezielt wählen. Auch hier gerade eben nicht. Steuerung ist ein bisschen komisch gerade mit dem Spiel. Also du jetzt da hin, du jetzt da hin. Gut, jetzt sind die aber erledigt hier. Ich glaube sogar, dass selbst das noch nicht das letzte Wort ist, was gesprochen wurde. Oder? Na ja, sieht aber, sieht es dann doch ganz gut aus. Es muss nur noch hier dieses Häkchen kommen. Ja, die haben sich hier gesammelt. Das ist der Grund. Gut, wenn sie so verrückt sind, sie dürfen es gerne versuchen. Die stehen jetzt hier einfach so rum. Wie bestellt und nicht abgeholt. Die trauen sich nicht ran. Gut, ich kann es ihnen aber auch ehrlich gesagt nicht verdenken. Das wird nicht lange dauern hier. Guten Abend solchen Karl, willkommen. Vielleicht nicht auch mal von Red Eye. GG. Ne, noch nicht GG. Da kommen jetzt ernsthaft nochmal Chaos-Barbarenreiter. Und sie haben natürlich die hier ignoriert, ne? Da kommt ja nochmal was. Okay, also sie scheinen jetzt sich zum Hobby gemacht zu haben, dass sie jetzt immer hier rauskommen. Kann das sein? Ja, 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 ja. Jetzt kommen sie wieder von da. Sie haben es tatsächlich krass geändert, Reg. Finde ich aber ehrlich gesagt gut. Die haben sie immer noch nicht eingesehen, die Köder. So, jetzt reicht es aber auch mal. Und die haben es auch noch nicht eingesehen. Dankeschön. Wir kommen hier gerade Plätzchen. Meine Frau hat Plätzchen gebacken. Hallöchen an MNG. Willkommen, mein Lieber. So, die sind jetzt zerstört. Jetzt kann der Chef auch mal wieder da rüberkommen. Die wollten da einfach so durchreiten. Und die, die gucken sich das jetzt erstmal so an. Wir haben ja leider keine Magie mehr. Jetzt schließe ich die mal vor. Den kann jeder mal auf einen hier schießen. Aktivieren wir den Plänkelmodus. Und nutzen jetzt hier mal unsere Fernkampfreichweite. Wo sind denn die Bierenkämpfer? Oh, da hinten sind sie. Oh, da hinten sind sie. Boah, der tut ihnen aber ganz schön weh. Und da castet er auch noch rum. Äh, warum hat der so viel Schaden genommen, der Alde? Bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen baff. Okay, beide Kommandanten fliehen. Damit kann ich leben. Von hinten kommt ausnahmsweise mal nichts. Warum rennt ihr da rein? Das war's jetzt für die. Der Zauber von denen castet halt immer noch rum, ne? Ach ja. Ach so, der Mörser hat meinen eigenen Leuten wehgetan. Stimmt, hab ich ignoriert. Ich hab's sogar vergessen gehabt, dass ich ihn hatte. Ready, Sir? Take the ground! Torch! Haltgunners! Icigmask will! For the Empire! Take position! We obey! All Ragspire! Ja, jetzt bekommen sie Beschuss von allen Seiten, hier, die Dumpen. Das war's. Na also. Also es war unerwartet, aber da war ja auch einiges Neues dabei. Aber es ist immer noch gut machbar, auch mit der Anfangsarmee. Ach, ich hab' ne volle Salve Musketen in mich selber reingepumpt, Zauberer. Uuuuh. Ja, das erklärt so'n bissl was. Guten Abend, Radiogunde. Willkommen. Und, äh, danke an, äh, welcome nachos für den Prime Sub. Dankeschön, mein Lieber. Oh, wir haben keine Unit verloren, das ist gut. Hm. 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 Und, guten Abend, auch ein lautes Weh. Ich glaub', ich nehm' mir auch lieber die Erfahrung mit. Ja. Die müssen so schnell wie möglich umso besser werden. Guten Abend, Inseljunge. Willkommen. So, wir haben nun den Bestienschlechter. Die Runenklinge des Drakenwaldes als Fähigkeit. Und das brachte uns immer noch mal 5000 Gold. Die sind fast das wertvollste daran. Naja, mit Betonung auf Fass. Aufseher der Menschen. Unterhalt für Reichsgardisten und Bierhandkämpfer reduzieren. Ja, das könnte mir helfen. Und noch mehr für. Boah, sag mal, der Buff, der war aber früher noch nicht da, ne? Ich glaube, der ist auch Warmer 3 mäßig neu. Oder hab' ich das wieder nur vergessen? Flug und Trug. Nagender Zweifelentkräftung. Ich nehme hier mal den nagenden Zweifel für einen zusätzlichen Effektbereich. Okidoki. Dann haben wir... ...alles gemacht, was wir machen können. Und haben tatsächlich sogar mal wieder Geld auf der hohen Kante. Und keiner von denen will über uns reden. Außer das da. Warte mal, das könnten wir ihm nochmal machen. Das würde Sinn machen. Nächste Runde. Also der... Das ist aber episches Friendly Fire, ey. Den Buff gab es schon. Da hab' ich ihn vergessen. Das macht halt dann die Bierhandkämpfe und die Reichsgardisten, ähm, bei... Äh, Imperator Karl Franz halt dann doch umso geiler. Hallo, ich bin Titanic-Taucher. So, Migration. Die akzeptieren wir. Ok, das ist jetzt hier eine schwierige Sache. Egal, was ich mache. Einer hat danach acht, der andere hat halt sieben, ne? Äh, ähm. Vor kurzem wurdet ihr über eine große finanzielle Schuld unterrichtet, die zwischen zwei imperialen Staaten herrscht. Kurfürst Balthasar Geld vom Goldorden hat, äh, verbotenerweise ein großes Darlehen von Gold garantiert, das er heimlich aus dem Staatsschatz von Stirland entnommen hat. Obwohl es eine Vereinbarung unter Ehrenmännern gab, das Darlehen über einen angemessenen Zeitraum zurückzuzahlen, hat Stirland sich nun dazu entschieden, ohne jegliche Warnung oder Grund, die Schulden vollständig zurückzufordern und will umgehend bezahlt werden. Also beides sind Lumpen. Ich stelle mich auf die Seite von, äh, vom Goldorden. Dann habe ich dann halt nämlich die plus neun. So, 3000 Gold bekommen durch die Kataya. Guten Abend, Sir Frank, Needful, gut, grüße dich. Äh, pff, pff, nee, 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 nee. Wir machen das ja, damit wir noch die besten Einheiten jetzt hier rekrutieren können. Oh, eine Sache würde ich jetzt aber dann doch gerne ändern. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, mehr Helle Bardiere zu haben. Dann schmeiße ich euch jetzt hier raus. Ach, nee. Dann hole ich lieber die Speerkämpfer mit denen, äh, hier rein. Und später dann statt denen hier noch Armbrust schützen. Aber mehr ist hier nicht drin. Na dann. Hm, 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 hm. Muss ich ja vorlesen. Lord Kommissar schreibt gerade eben, Fun Fact, bevor Baldassar der oberste Magus wurde, war er ein gesuchter Verbrecher, weil er immer mit Katzengold zahlte, das sich, äh, in Blei zurückverwandelt. Okay, ich habe jetzt Krieg mit Dr. Festus. Das Schlimme ist halt, dass die Chaoskrieger wahrscheinlich immer noch so unglaublich stark sind, oder? Wie und je. Albtraumhaft nehme ich mal an. Ohne Bier und Kämpfer haben wir wahrscheinlich überhaupt gar keine Chance gegen die. Ja, jetzt kommen sie alle an. Die Skälinger. Als nächstes. Stimmt, ich wollte Einheiten benennen. Dankeschön. Gut für den Hinweis. Also, wir schauen uns das mal gerade eben mal an. Mit dem Benennen der Einheiten. Ähm. Dann hole ich mir gerade eben mal die Liste von den Sachen, die... Ah, so gut. Zunächst einmal der Camper. Ich grüße dich, schönen guten Abend. Habe ich gerade eben gesehen. Ähm. Dann, 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 dann. Die Bierenkämpfer sollen die Zahnstecher jetzt werden. Die Zahnstecher. Dann habe ich gesehen, dass die Reichsgarde soll... Ja, Reichsgarde der Eisenliga heißen. Da ist gerade der Eisenliga, da... Entschuldigung. Ja, da war noch ein Held und ein Kommandant. Aber da sind wir leider noch nicht. Jetzt kann ich ja Weißmund mir holen. Und zurückerobern. Aber das wird ein Risiko, das zu tun. Wir brauchen das hier auf jeden Fall. Ähm. Reichsgarde. Ja. So schnell ist die Kohle weg, ich sag's euch. Also. Könnte zu viel sein für uns. Ich dachte, das Ding wäre leer, aber ist es nicht. Oje. Noch mehr Einkommen durch Industrie. Weniger Baukosten für Gebäude. Er damit. Gut. Wir können ja immer noch nichts diplomatisches tun und gehen. Aber mal weiter. Ja, Musketenschützen haben wir doch so ihre Nachteile, ne? Nicht ballistisch schießen zu können, ist irgendwo ein Nachteil. Hallöchen Grail. Oh. Okay. Ich berechne das auch gerne. Habe ich keinen Stress mit. Habe ich keinen Stress mit. Und wenn es eine Million werden, werden die das nicht machen. Und wenn es eine Million werden, werden die das nicht machen. Habe ich keinen Stress mit. Habe ich keinen Stress mit. Habe ich keinen Stress mit. Aber es ist ihm eigentlich, glaube ich, echt scheißegal. Und dann sagen sie, ja gut, dann bin ich jetzt gegen euch. Und das ist dieses Verhalten. Ich bin schon seit sieben Jahren im Geschäft. Dieses Verhalten habe ich so oft beobachtet. Und ich habe den Eindruck, noch keine Beweise, aber den Eindruck hier könnte es auch so sein. Das ist einfach so ein Ding, sage ich jetzt mal. Also, ich glaube ihm das einfach nicht. Da gibt es aus der Vergangenheit so viele Dinge, die dagegen sprechen. Es sei denn, er hat sich um 180 Grad gewendet. Also, das ist so mein Eindruck. Aber es ist nur ein Eindruck. Und ich bin mir ziemlich sicher, er weiß auch, dass die das niemals machen werden. Aber das gibt ihm dann wieder die Möglichkeit, wieder drauf zu hauen, verbal. Um dann quasi seine Community noch fester an sich zu binden. Das ist so eine toxische Strategie, die ich aber von Anfang an nie machen wollte. Das habe ich in World of Tanks ganz massiv gesehen. Ich war ja am Anfang World of Tanks Creator. Ich habe das ganz massiv gesehen, diese Strategie. Und das macht eine Community auf Dauer kaputt. Also, das ist eigentlich sogar schlecht für die gesamte Community. Das ist hochgradig egoistisch, falls er das wirklich tut. Um Legend, Clan Geddin. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er das tut. Aber es wirkt auf mich so, wenn ich das gerade eben höre. Weil es gibt Dinge, über die darf ich nicht reden. So Forenbereiche, sage ich jetzt mal. Wo er früher auch drin war, wo ich drin bin. Und ja. Ich glaube ihm das nicht. Tut mir leid. Glaube ich nicht. So. Gezeichneter Veteran. Komm, ich mache noch mal unseren lieben, lieben Karl Franz besser. Ich bin da lieber ehrlich zu euch und sage einfach, ich glaube nicht, dass das klappt. Selbst wenn es eine Million Unterschriften gibt. Weil da steckt einfach zu viel Geld drin. Du bindest dann halt quasi. Ihr müsst es von der Seite sehen. Ich möchte dir mal die Situation erklären, warum das für mich ein PR Bluff ist. Für CA und SEGA ist das ein viel zu großes Geschäft. Diese 20.000 Unterschriften sind garantiert schon eine gewisse Menge. Aber winzig im Vergleich zu dem, wie viele Leute wirklich Total War spielen. Oder auch jetzt Total War War Imer 3. Das habe ich damals schon vor ein paar Jahren erlebt. Also wie ich sage, World of Tanks war für mich eine richtig große Erleuchtung. Da habe ich eine ganze Menge darüber gelernt, wie Content Creator Dasein funktioniert. Und dass wir halt nicht das Maß aller Dinge sind. Egal wie groß wir sind. Der Content Creator sammelt normalerweise sehr aktive Community-Mitglieder um sich. Die sehr, sehr viel Spaß an einem bestimmten Spiel oder einer bestimmten Art von Spielen haben. Und diese Leute sind laut. Das werden diese 20.000 sein. Vielleicht werden es am Ende noch 30.000. Aber diese Art von Spiel wird millionenfach verkauft. Millionenfach. Aber nicht an Leute wie euch, die jetzt hier zugucken. Ihr seid nämlich die Hardcore-Fans. Für die Publisher und die Entwickler sind die anderen, die Casual-Gamer, die großen Cash-Cows. Und die wissen nicht mal von dieser Petition. Und die meisten von denen werden auch nie davon hören, weil kein einziger von denen, mich oder einen Legend oder einen Günner oder wen auch immer guckt, die wissen nicht mal, dass wir existieren. Die allermeisten Spieler wissen nichts von alledem und werden es nie erfahren. Und deswegen wird das nicht funktionieren. Und Legend ist so lange drin, der weiß das auch. Da bin ich mir sehr sicher. Sehr, sehr sicher. Hallöchen Josh, grüß dich. Unterschriften dafür, dass man Warhammer, also in Warhammer 3, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Immortal Empires Kampagne für alle geöffnet wird. Also auch die, die nicht Warhammer 1 und 2 haben. Und, ja, ja, Radigunde, ihr seid die Hardcore-Fans von diesem Spiel. Also wie gesagt, und deswegen, das ist ein PR-Gag in meinen Augen. Das ist ein PR-Gag und zwar zu seinen eigenen Gunsten. Einfach, um seine eigene Community noch an sich zu binden. Das ist ein typischer Move. Das habe ich schon oft gesehen in unterschiedlichsten Influencer-Spiele-Kombinationen. Also in unterschiedlichen Genres. Und das erste Mal habe ich es ganz intensiv damals in World of Tanks gesehen. Und seitdem probieren das immer wieder Leute, immer wieder, die eine gewisse Größe erreichen und denken, sie sind jetzt das Maß aller Dinge. Und versuchen dann quasi Druck auf die Publisher und die Entwickler auszuüben, um zu sagen, hey, macht, was ich verlange. Oder, dass, ja, ich ahne, dass es in diese Richtung geht. Hallöchen an den, äh, äh, Schollen-Scheiß. Willkommen. Ja, nachher, um 20 Uhr, habe ich einen Paid-Stream. Also einen Sponsored-Stream. Äh, da darf ich euch, äh, Crossfire Legion zeigen. Ein RTS. Aber, jetzt machen wir es mal mit Warhammer 3 weiter. Genau, also Warhammer 1 und 2 kannst du inzwischen schon, äh, sehr, sehr günstig bekommen. Also sehr, sehr günstig. Du musst halt nur auf die Sales warten. Selbst auf Steam kriegst du die Dinger für 17 Euro. Ich meine, klar, 17 Euro sind nicht wenig Geld. Keine Frage. Also, für manch einen. Aber wer sich halt Warhammer 3 zum Vollpreis leisten kann, für den, sage ich jetzt mal, ist in der Regel Warhammer 1 und 2 für 17 Euro jeweils auch nicht mehr so weit weg, oder? Und ich weiß auch gerade eben gar nicht, sind die noch im Game Pass? Oder sind sie schon wieder raus? Ich weiß es nicht. So. Aber wie gesagt, von solchen Aktionen, ähm, ja, halte ich relativ wenig. Hm, komm, wir machen jetzt erstmal hier nochmal ein bisschen mehr Hafen. Ich will noch mehr Geld verdienen. Hi Trooper. So, Avaland möchte jetzt in den Nicht-Eingrös-Pakt. Sehr schön. Aber ihr kennt mich, oder zumindest die meisten von euch kennen mich schon lange genug, dass sie wissen, dass ich sowas nicht mache und dass ich versuche immer solche Dinge zu durchschauen und, äh, euch darüber in Kenntnis zu setzen. Die Dinge, die ich sagen darf, sage ich euch auch. Ähm, ich halte nicht viel von Geheimwissen. Überhaupt nicht. Hallöchen Lütti! Schuppe hat, äh, Walmart 3 in der Steelbox Edition. Cool. Ich nicht. Nee, tatsächlich nicht, äh, Lord Kommissar. Tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass Transparenz und Ehrlichkeit, äh, definitiv dazu führt, dass ich nicht... Ich bin viel zu chaotisch. Ich bin tatsächlich, wer mich kennt, viel zu chaotisch, um ein Konstrukt von Intrigen und Lügen aufzubauen. Und das ist, das meine ich ernst. Ich würde früher oder später mich darin verlieren und jeder würde es merken. Das habe ich als Kind schon gelernt und ich habe es als Erwachsener nicht abgelegt. Das ist tatsächlich, äh, ihr könnt mir das glauben oder nicht, das, ihr müsst mir das nicht glauben. Aber ich bin viel zu chaotisch im echten Leben, um so etwas aufzubauen. Und dann fahre ich lieber die sichere Schiene. Das ist mir sonst zu, äh, weil sonst vergesse ich quasi, was ich dem Ersten und dem Zweiten gesagt habe. Und ihr wisst schon, was ich meine. Das ist für mich immer so, äh, ja, nee. Es ist es nicht wert. So, kann ich jetzt hier wieder angreifen? Jetzt kann ich Weißmut angreifen. Jawoll! Dankeschön an, äh, True Chaos God für deinen Reset. Abonniert drei Monate im Voraus. Dankeschön. Aber wie gesagt, ihr dürft es trotzdem unterschreiben, was er da macht. Keine Frage. Es kann sein, dass ich mich irre und dass es Druck ausübt. Aber ich bin mir sehr sicher, sie werden es nicht zugänglich machen für alle. Vor allem nicht so früh, weil das ist für sie gerade eben schlicht und ergreifend die Cash-Cow. Genau. Also dieses, ähm, Warhammer Immortal Empires. Das ist das Ding, was... Das habe ich ja auch selber bei den Zuschauerzahlen gemerkt. Also wenn ich das bei den Zuschauerzahlen sehe, dann kann ich das quasi hoch mir denken, nicht rechnen, aber hochdenken, ähm, wie das letztendlich im Geldbeutel von Sega und CA klingeln muss. Und seitdem das da ist, sind wieder mehr Zuschauer da und es sind auch garantiert dann jetzt die Leute da, die das kaufen wollen, um es spielen zu können. Und alleine deswegen werden die das nicht machen. Dann könntest du auch genauso zu Porsche oder so hingehen und sagen, ey, komm, mach mal den 911er billiger. Mach doch mal ein Free Weekend oder so. 911er umsonst machen die auch nicht. Kannst du doch so viele Petitionen schreiben. Das ist einfach nur ein PR-Gag. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Das ist aber so. In meinen Augen. Okay. Aber ein cleverer Move von ihm als Creator. Ein cleverer Move, weil es wird genügend Leute geben, die die Aktion geil finden und deswegen ihn geil finden. Hi P9S, grüß dich. So. Man muss sich halt von dem Gedanken verabschieden, dass Influencer immer ehrlich sind. Sind sie nett. Ganz viele sind einfach nur Geschäftsleute. Das ist halt das Problem. Und wirklich kennenlernen tut er sie erst, wenn er sie lange beobachtet. Also wirklich lange. Und rauskriegt quasi, wie sie hier oder da sich verhalten haben. Wie sie manövriert haben. Ob sie komische, fragwürdige Verträge angenommen haben. Bei mir zum Beispiel erlebt ihr zum Beispiel überhaupt nicht, dass ich für irgendwelche komischen Drinks oder sonst irgendwie Werbung mache. Ich bekomme diese Angebote. Ich habe euch erzählt von, also das geht jetzt hier gerade eben nur darum, um quasi meinen eigenen Leumund für euch zu beweisen. Obwohl ich das nicht beweisen kann. Habe ich das erzählt, dass ich einmal ein Energy Drink Pulver Anbieter mir gesagt hat, hey komm, wir haben hier so ein Energy Drink Pulver. Das hätten wir gerne, dass du bewirbst. Und ich habe erst nein gesagt. Und dann sind sie hartnäckig geblieben. Weil ich sowas grundsätzlich nicht machen will. Weil ich werbe nur für Sachen, von denen ich überzeugt bin. Und dann haben sie mir halt gesagt, komm, wir schicken dir einen Test. Also so eine Probepackung. Und ich komme aus dem Labor. Bin ja Biophysiker. Und habe dann das Zeug in den Händen gehalten und habe festgestellt, heilige Scheiße, das Ding hat ja, wenn man das umrechnet, also es ist wirklich so eine Box gewesen. Also, ihr seht ungefähr so groß. Also da waren so 400 Gramm, 500 Gramm Pulver drin. Und ich habe dann mir das Zeug angeguckt. Okay, jetzt testen wir mal das Lösungsverhalten. Ich habe erst mal ausgerechnet, wie viel Pulver muss ich nehmen, um eine tödliche Mischung herzustellen? Also wenn du das ganze Glas trinkst, bist du de facto tot. Wenn du es nicht sofort wieder ausspuckst. Und eigentlich dürfte es nicht sein, dass man das mischen kann. Ich konnte es. Problemlos. Lösungsverhalten wie Zucker. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, auf gar keinen Fall bewerbe ich dieses Zeug. Ich war sogar kurz davor, es war nur Faulheit, die mich aufgehalten hat, zum Gesundheitsamt deswegen zu gehen. Und das zu melden. So kurz davor. Weil ich das Ding für gefährlich halte, diese Pulver mit Koffein. Denn Koffein ist kein Spaß. Das ist ein Insektizid. Vergesst das nicht. Das ist ein Insektizid und kann auch auf uns tödlich wirken. Klar, bei Kaffee ist es kein Problem. Du müsstest ungefähr 100 Kaffee trinken, um dich selber ins Jenseits zu ballern. Das schafft kein Mensch. Weil bei 100 Kaffee hintereinander, bei spätestens 20 erbrichst du dich, weil der Körper sich gegen das Koffein wehrt. Aber, ich weiß noch, wie damals mein Doktorvater gesagt hat, wenn du das Zeug aber hochkonzentriert machst, und deswegen war ich so getriggert davon, dann reicht ein Glas. Wenn du es schaffst, es auf ein Glas runter zu verdünnen, äh, runter zu konzentrieren. Und das ist mit diesem Scheiß, wenn ich so direkt sage, leider möglich. Und deswegen habe ich gesagt, auf gar keinen Fall werde ich das jemals bewerben. Im Gegenteil, ich warne euch hier davor. Einfach, weil ich der Meinung bin, so etwas sollte es nicht geben. Da ist mir das Geld das nicht wert. Und selbst, wenn ihr bloß Unwohlsein dadurch habt, ähm, weil ihr zu viel davon getrunken habt, halte ich nichts davon, dass man das Zeug bewirbt. Aber meine Meinung. Wie gesagt, jeder kann eine andere haben. Ich bin tatsächlich als Werbepartner für die meisten Firmen, ich glaube, ich bin schwierig. Ich stelle mich auch meistens schon vor quasi, yes, I'm difficult. I'm a complicated guy für Werbepartner. Weil ich auch keine Werbung für irgendwelche VPNs mache, weil die sind Schwachsinn. Hans kann ich darüber nennen. Wunderbares Liedern. Hans kennt sich super damit aus. Der lernt, der studiert, der Programmieren, äh, Informatik. Ähm, der hat mir das mal erklärt. Und, äh, dann wusste ich auch, warum ich dagegen bin. Äh, oder auch gegen diese ganzen anderen Apps, wo ihr überall Werbung von irgendwelchen Influencern auf YouTube oder so seht, halte ich alles für Quatsch. Es ist alles Bauernfängerei. Und ich möchte nicht, dass ihr die Bauern seid. So, zumindest nicht wegen mir. Ach du, äh, äh, Joshua Peters, meine Frau ist auch Programmiererin. Das sind, das sind einfach nur Coder, weißt du? Ich weiß, da gibt es so viele Berufsbezeichnungen. Wie kann man dir die alle merken? Ich bin überfordert. Ich bin überfordert mit all diesen Berufsbezeichnungen für Programmierer. Der einzige VPN, den, äh, Josh benutzt, ist der von der Uni. Ja, die Uni wird da wahrscheinlich sich auch dabei was denken. Nehme ich mal an. Aber ansonsten, sie programmiert mich. Glaube nicht. Das Hopfen und Malz verloren. Da bin ich einfach leider von Haus aus viel zu dickköpfig. So, äh, hier können wir jetzt demnächst Bierhandkämpfer theoretisch machen, wenn wir das jetzt hier haben. Aber dafür brauchen wir noch das Gebäude. Äh, Gott, welches Gebäude war das mit dem Bierhandkämpfer? Ja, doch, das war ja sogar das Richtige. Perfekt. Also, vier Turns und wir haben Bierhandkämpfer. Dann wäre ich der Meinung, dass wir bis dahin ein bisschen Geld sparen. Dann schmeißen wir nämlich die hier raus. Ist Hans jetzt da? Ne, Hans ist glaube ich noch nicht da. Der ist nachher da. Hans hat auch noch nachher ein Goodie für euch. Ich verlose nämlich nachher nochmal einen Code und Hans macht das wieder. Passend. Zu Crossfire Legions habe ich nämlich noch einen Code für Crossfire Legions von euch, währenddessen ich den Verbestream mache. Bisschen, bei so einem Spiel zum Beispiel. Das sind so sehr Sachen, wo ich der Meinung bin, quasi das ist komplett analog zu dem, was ich hier tue. Deswegen mache ich zum Beispiel Werbung für Spiele. Weil ich bin ja ein Let's Player. Das macht Sinn, dass ich Werbung für Spiele mache. Aber ich sehe es zum Beispiel nicht ein, warum ihr es mir zum Beispiel abkaufen solltet. Warum ich als studierter Biophysiker und de facto Let's Player euch jetzt zum Beispiel eine Versicherungs-App andrehen wollen sollte. Das leuchtet mir nicht ein. Es leuchtet mir auch nicht ein, warum ich euch einen VPN andrehen sollte. Da kann ich mit meinem eigenen Gewissen nicht mit umgehen. Ist tatsächlich so. Aber lassen wir das Thema. Das ist nur quasi, damit ihr mal wieder versteht, wie der Mörb tickt. Und manchmal frage ich mich auch, warum ich so bin. Mein Leben wäre deutlich einfacher und weniger kompliziert, wenn ich einfach den Check nehmen würde und mir sagen könnte, es ist mir egal. Aber ich kann das leider nicht. Es ist manchmal hinderlich im Leben, moralisch zu sein. Ich habe meinen Eltern schon mal in der Vergangenheit gesagt, eure Erziehung hat leider zu gut geklappt bei mir. Nee, ich mache nichts mit TikTok. Ich halte von TikTok auch nicht so viel. Kann natürlich auch altersbedingt sein. Aber an TikTok stören mich mehrere Dinge. Erstens, dass es quasi offensichtlich aus China quasi letzten Endes kommt und da weiß man nicht letzten Endes, was da alles so dahin ist. Dann haben die nächste Art und Weise, wie in TikTok quasi mit behinderten Menschen umgegangen wird. Die werden dann nämlich konsequent ausgegrenzt. Du wirst dann nicht hoch gewertet. Wenn du eine sichtbare Behinderung hast, wirst du nicht vom Algorithmus gefördert. Im Gegenteil, du wirst aktiv unterdrückt. Und das Letzte ist, dass es teilweise völlig ungefilterten Scheiß dort gibt. Also wirklich völlig ungefiltert. Teilweise aus meiner Sicht jugendgefährdend. Deswegen halte ich nichts von TikTok. Guten Abend, bis Marc. So, äh, Laurelorn ist weg. Oh oh. Gut, Ostmark auch. Oh 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 oh. Das ist alles nicht so gut. Okay, äh, ich glaube, dass ich jetzt tatsächlich diese Einheiten hier mal lösche. und diese beiden hier auch, einfach um ein bisschen die Geldsache hier zu regeln. Der kommt jetzt hier noch mit rein und die beiden und dann müssen wir gucken, dass wir dann als nächstes die Behind-Kämpfe irgendwie reinbekommen in unsere Truppe. Meines Erachtens nach. Ich weiß, Festus kommt. Das wird ein Festus. Ich sag's euch, wenn der kommt. Yes. What? So, nächste Turn. Haben wir wenigstens nochmal eine weitere Tech geforscht. Ob ich das Video von Seasim Street kenne? Oh Gott, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Nee, kenne ich nicht. Sag das mal, ein guter Programmierer lässt das Programm denken, dass er selbst, äh, dass er selbst rein will hat. Das ist ein Geheimnis von meiner Frau. Ach so, okay. Ja, wahrscheinlich. Das ist dann die Meister-Manipulation meins Ersarkas. Nee, meine Frau ist eigentlich auch eine sehr direkte Person. Überhaupt nicht, äh, intelligent. Also auch null. De facto null. Sehr direkt vorne heraus. Hallöchen Mr. Tyro. Habe ich schon Hallöchen gesagt? Grüß dich. Und Hallöchen auch Sub-Zero. Guten Abend. Mh. Merb-Mind vier Turns und wir haben, äh, Bierschank. Ach so, genau, die, die, die Bierschank-Kämpfer. Richtig. So, hast du schon den Wunschnamen? Ich habe noch den Heldennamen Zauberer noch nicht vergeben können, weil wir haben noch keinen Helden und ich habe noch keinen weiteren Kommandanten. Also, der Marius Leitdorf von Avaland schickt euch eine Einladung, sein persönlicher Gast beim alljährlichen Wurstfest zu sein, einem Erntefest zu dem Bürger im ganzen Imperium stürmen und zum Schlemmen und auf die Götter ihr Land, das Imperium und ihre Vorfahren anzustoßen. Es ist eine große Geste für einen Staatsoberhaupt einen anderen solchen, eine Einladung auszusprechen. Deshalb nehmt ihr selbstverständlich an. Am Tag des Wurstfestes werdet ihr gerufen, um eine Armee gegen einen minderen Aufstand zu führen. Diese Rauferei bedurfte nicht zwangsläufig eure Anwesenheit, doch Ablehnung sind genau die Art, Situationen, denen ihr euch persönlich widmen solltet. Auf diesen Grund nahmt ihr den Platz am Tisch von Marius Leitdorf nicht ein. Marius Leitdorf ist nun zutiefst beleidigt. Ach, ja. Ich mach das Ehrenbankett. So, wir machen nochmal 5% mehr Geld. Das ist gut. Oh, jetzt warten wir. Jetzt machen wir nämlich schon 4000 und schlag mich tot Geld. Dann kann ich nämlich jetzt hier an zwei Turns ranklotzen, was die Truppen angeht. Komm, das machen wir auch noch. Das kostet nur 870. die Gild den Meister als Professoren. Das bringt mir noch nichts. Ne. Das bringt mir leider noch gar nichts. Ich mach jetzt hier Bewegungsgeschwindigkeit und Führerschaft für Infanterie, wenn die imperialen Bierhandkämpfer gleich da sind. Ja, nächste Turn, ne? Ne, ich werde das Geld sparen für eine Elite-Armee. Die muss sein. Destroyer meint, manchmal packe ich mir auch in den Kopf, was manche sagen in ihren Streams. Zum Beispiel, dass man in den USA keine Firmen gründen darf. Da gäbe es ja Knast drauf. Ja, wie gesagt, sagen wir mal so, Destroyer, es gibt natürlich unterschiedliche Niveau-Ebenen des Intellekts. auch unter Streamen, Streamen, keine Frage. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Wissensstände. Und das Problem ist halt immer, manche sind halt auch einfach nur unwissend und posaunen ihr Unwissen in die Welt. Manche sind aber wissend und nutzen das. Manchmal auch manipulativ natürlich. Das ist keine Frage. So, Held rekrutiert Hexenjäger. Die besten Streamer, wo ich immer wieder mit dem Kopf schüttle, sind die, die zum Beispiel von sich behaupten, sie wollen sich nicht verstellen. Sie wollen authentisch rüberkommen und dann suchen sie permanent beleidigen und Schimpfwörter verwenden und haben einen richtig übelen Pfui im Mund. Das sind so die, die dann quasi sozusagen Ehrlichkeit als Entschuldigung heran dafür ziehen, dass sie de facto eigentlich sich wie ein Rübel aufführen. und natürlich ziehst du dann natürlich auch eine solche Klientel an, die das auch gerne hören will. Also der Zuschauer identifiziert sich ja irgendwo auch mit dem, den er guckt oder mit der, die er guckt und wenn du dann halt quasi von dem gesagt bekommst oben an der Kanzel, das ist ja gar nicht böse, was ich sage hier, das ist ja nur Ehrlichkeit, dann sind da unten die Leute natürlich, jawohl, jawohl, endlich sagt einer. Das ist so das Problem. Wir haben einen Hexenjäger, den können wir jetzt endlich benennen. Cool. Das wird dann, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Das ist so Doppelmoral. Man tut so als ob, aber eigentlich ist es nicht so gemeint. Adrian Karten. Adrian. Adrian Karten. De Viard. Soll ich mal so Karten De Viard. So, wo ist der? Der ist hier. Okay. Ich weiß, Räuliger Rabe, die sind leider nicht gerade mit Rüstung gesegnet. Also doch, Rüstung schon, aber also ich glaube, Bogenschützen dürfen sie sogar noch einigermaßen überleben. Musketen schützen, aber nicht. Das typische Problem, was auch die Hammerträger zum Beispiel bei den Zwergen haben. Ich bin da ja schon ein bisschen weiter bei den Zwergen mit den Folgen und teste ja immer noch sehr, sehr fleißig den Nutzen von ihnen und kann einfach und kann einfach nur sagen, im Vergleich zu den Eisenbrechern, also die sind halt mehr als eine Stufe, ein ganzes Tier oder anderthalb schlechter. Also es ist wirklich erschütternd, weil das, was sie können, Schaden austeilen, machen die Eisenbrecher halt einfach noch mit diesen geworfenen Bomben anderthalb mal besser. Und dann halten sie auch noch mehr aus, sowohl im Nahkampf als auch im Beschuss. Und dann kannst du sie auch noch richtig effizient mit einem Tain buffen, der ihnen noch mehr Granaten gibt. Gut, du kannst natürlich auch einen Tain benutzen, um die Hammerträger zu buffen, aber der Buff ist dagegen vernichtend schlecht, also wirklich katastrophal schlecht. Ich unternehme nichts, denn das Geld brauchen wir was anderes. Morsley, oje. Moment, Marc Willi meint, was ist mit dem Eisenhammer mit der alten Garde? Ich weiß gerade nicht, auf was du dich beziehst. Hellebarden sind auf jeden Fall sehr, sehr stark, ja, weil die halt auch sehr, sehr gut gegen Reiter und Monster ankommen. Ach, guck mal, nur ein Turn? Seit wann ist denn das so? So, aber dann haben wir hier schon mal eine stabile Linie. Oh, dann können wir später noch mal ein oder zwei Reichsgardisten mit reinnehmen. Ja, aber wir sind ja auf einem guten Pfad hier, würde ich mal behaupten. Jetzt haben wir aber noch 10.000. Komm, wir verbessern noch mal das hier. Ich habe sehr viel Geld hier gerade eben, deutlich mehr, als ich brauche. Der Goldorden, sehr nett von ihm. Er will mit uns reden. Ja. Hey. Okay, nächste Turn. Beziehungsweise, ich guck mal, ob ich ihn gegen Festus einsetzen kann. Lol. Da sind auf einmal die Grünen heute hier, okay. Die habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. So, noch mehr Kohle, bitte. Den Rest geben wir noch nicht aus. Hallöchen Flash, guten Abend. Welchen meinst du denn? Beziehst du dich auf meine Darktide-Sache mit Opa? Opa hält sich für den Imperator in Warmer 40.000. Das ist Alterssenilität. Oder die Wahrheit. Wir werden es nie erfahren. Das ist keine Heresie, wenn es Alterssenilität ist. Genau, das wird seine nächste Verteidigungsstrategie sein. Guten Abend, Jodaboy. Willkommen. So. Genau, Josh meint es. Sarkastisch, natürlich. Opa ist bestimmt auch der Imperator. Genau. Bestimmt. Oh, geil. Wir haben einen Siggi-Priester. Truppen auffüllen ist nun möglich. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt auch noch einen Reichsritter hier. Und damit ist diese Armee jetzt hier erstmal weitgehend voll. Ich hätte so gerne schon die Musketenschützen, aber die Musketenschützen, dafür brauche ich noch ein anderes Gebäude führen. Okay, also das ist ja schon mal jetzt hier ganz, ganz gut. Der kann jetzt hier schon mal versuchen, die Armee zu blockieren und damit jetzt einen ersten Level abzumachen. Armee blockieren ist so unglaublich mächtig und nützlich. In meinen Augen sogar nützlicher als Armeen anzugreifen. Ist aber auch situationsabhängig. Parasubon möchte einen Flip der Schwarzadler. Genau, das wird der Siggi-Priester sein. Weil wir haben noch einen weiteren Namen für einen Kommandanten. Den Kommandanten werden wir aber erst gleich noch aufstellen. In der Stunde ist es schon so weit und wechseln wir rüber zu Crossfire Legions. Ich hoffe, ihr seid dann auch noch mit dabei. Schaut euch das Spiel zumindest an. Hallöchen Föhnchen, grüß dich. Der Schmeid, ich meine Imperator Karl Franz ist ja offensichtlich nicht der, der von uns allen geliebte Imperator ist. Ach, bist du so ein Boris-Wüterich-Fan? Nicht ein Gerichtspakt. Oder beziehst du dich auf noch was ganz was anderes? Also bis jetzt läuft es ja relativ ruhig. Kriegseifer, Rekrutenüberschuss. Ich nehme den Rekrutenüberschuss glaube ich für drei Turns. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall die nächste Armee noch aufbauen. Wichtige Freunde. Ja, ich baue jetzt die Imperiale Autorität noch weiter aus. Bums. Imperiale Autorität zwei. Und jetzt hier diese Armee Freunde. Ich glaube mit der kann man arbeiten. Jetzt möchte ich ihm hier wieder Weißmund zurückgeben. Das wäre ein knapper Sieg, aber lasst uns doch mal die Jungs direkt mal ausprobieren. Ja, genau, Belakor könnt ihr auch noch kommen. Ist ja was dran. Skeleptrave meint, Opa ist halt ein Sensei und damit ein Abkömmling des Imperators. Aber Opa war zuerst da. Opa ist von Anfang an da. Wer seine Geschichte kennt. Er ist der Opa von Adam und Eva. Deswegen war er zuerst da. Obwohl er nach ihnen erschaffen wurde. Ein göttliches Paradox. Okay, wir gehen ein Fels im Weg. Dahin. Zwei. Drei. Vier. Das Mörserchen da noch hin. Der Sigma Priester geht da noch hin. Du da noch hin und du stehst hier. Oh Gott. Ah, ich habe noch mal eine. Gott, ich habe vergessen, dass ich eine zweite gebaut habe. Autschen. Ja, jetzt möchte ich diese Goblins mal ein bisschen locken. Die zur Heldenhamer der Naturschutz twin tailed comet für die twin tailed comet General die die Situation der ber themes der Schreie in Schreie ok es beginnt also ich glaube ich klappt jetzt hier mal so ein bisschen ein ihn habe ich wieder war natürlich mal wieder vergessen das war so klar dass ich den vergesse die fliehen hier das dürfen die auch ihr zieht euch zurück ihr zieht euch zurück also alleine dass der von jetzt der imperator hält die komplett davon ab hier irgendetwas gegen meine infanterie zu tun die strategie geht so unglaublich gut auf jawohl wenn ihr nicht weg wieder zurück die werden diesen flankenangriff nicht überstehen hallöchen gerzon und die praxis ich grüße euch ja da sind sie schon hier zusammengeschossen und jetzt holen wir uns mal den ollen da also das plänkeln kriege ich jetzt ziemlich gut hin mit denen habe ich so den eindruck ich weiß nicht ob es an mir liegt oder an warmer 3 ich schiebe es jetzt mal in warmer 3 aber es klappt jetzt sehr gut jetzt hat diese eine die hoffentlich gleich keine lust mehr hier rückwarte vor die müssen jetzt hier noch weg gott wie weit haben die grad schießen können kann man denn nur die schmecken jetzt hat einen eigenen geschmack sind nörgel das ist das gefühl wenn es sich einfach nur noch um anwidert maximaler ekelfaktor das ist der geschmack von nörgel da bin ich mir sicher oder bezieht euch auf was anderes jawoll da haben wir sie erledigt und das ganze mit 122 ich wollte 140 tippen war sogar besser als ich dachte und die hauptlast war wieder auf denen hier aber das ist völlig in ordnung wie die auf denen ist sarkas meint ein warhammer 40.000 total war soll wohl schon in der mache sein woher beziehst du diese info gibt es da gerüchte denn ich weiß tatsächlich von nichts ich habe bloß gesagt es wäre cool wenn sie es tun würden und sie dass sie wissen dass es sinnvoll wäre viele gerüchte ja ok gerüchte gerüchte ne sind auch manchmal nicht mehr als das so wir geben die stadt wieder zurück es erhöht wieder die meinung von ihm über uns jetzt haben wir den imperialen pegasus nice 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 tja dann wollen wir mal das klingenschild ohne was kann ich ja die besten des imperiums machen mehr einheiten erfahrung für unsere jungs und dann machen wir hier dann kommt hier der kriegspriester den müssen wir doch einen namen geben der name war ja schon bestellt und so von philipp der schwarz adler oh gott ich habe mich verklickt mit doppel p der schwarz adler so er bekommt sie noch truppen auffüllen zweite armee ja ist jetzt definitiv angebracht also ich finde der erzlektoren schon echt geil da bin ich ein bisschen fan von ja kommen wir nehmen erzlektor oder das ist viel besser als das andere also monster fährten leser so der stadt direkt mit level 4 bekommt nochmal marschierer inspirierende gegenwart und großer hammer des sigma der muss jetzt leider damit leben dass ich ihm nicht die geilsten einheiten geben kann aber auch er wird von uns gute einheiten bekommen sigmas schutz und sterblich mentor hat die linie pferde luke ich will gerade mal gucken der hat der hat doch sicherlich wieder irgendwelche boni auf flagge landen oder so irgendwo versteckt oder ja komm bei ihm machen wir einfache einheiten das ist einfach so eine budget armee die wir jetzt hier reinbauen irgendwo muss auch der günstige kram des imperators durch die gegend laufen den namen machen wir auch gleich keine sorge keine sorge keine sorge keine sorge da ist nämlich schon seit ewigkeiten ein name geplant gewesen das ist der sir von blub genau blub so sie nannten ihr kind sir sie hatten große pläne mit ihm dann handeln wir jetzt auch mit der hauptzwergen fraktion und kuron ist plötzlich auch eine diskussion wert ich finde es interessant dass handel nicht mehr so gerne von den fraktionen gemacht wird das muss irgendwie mit dem letzten patch kommen sein habe ich so den eindruck dass die eher militärischen zugang gewähren aber nicht so sehr den anderen kram wie zum beispiel handel das überspringen wir die namen sind für alle k also alle namen haben wir jetzt tatsächlich vergeben es ist kein name mehr offen meines wissens nach aber du dürft mich gerne korrigieren falls es nicht stimmt aber wir haben auch gerade keine weiteren charaktere aber einheiten haben wir noch naja wir haben jetzt bier und kämpfer und reichsgardisten die wir eine weile in unserer armee bleiben genau genau zauberstellt auch fest alle namen sind vergeben mhm wieder eine mission oh einen guten blub so jetzt sollen wir uns galmaras holen ja den holen wir uns auf jeden fall und jetzt hat auch unsere infanterie ein paar buffs bekommen äh ich möchte mehr nahkampf abwehr für die infanterie ja ich glaube dass wir nächste runde hier tatsächlich dann hergehen werden ey wir haben eine sehr ruhige kugel die wir schieben können das ist krass ich kann karak askaras jetzt hier theoretisch mir noch holen da sind die zwerge rausgeboxt worden ähm komm dann machen wir nochmal hier zwei armbrust stützen rein nochmal einen davon diese zweitarmeigen kann man uns kann können wir sogar tatsächlich leisten sprechen der hat aber auch gerade eben in lauf oder das lassen wir alles nächste turn die hätte dortus längst den krieg erklärt ich habe keine ahnung warum ihr habt ihr gesehen ich spiele auf sehr schwer sehr schwer aber nicht vergessen es ist ein sandbox spiel ne vielleicht ist es einfach nur streamer glück das berühmte streamer glück aber ich habe halt auch gerade eben außer gegen festus keinen krieg kann natürlich also es macht glaube ich schon einen großen unterschied wenn man schon viele kriege hat dann wertet die ki dich ohnehin schon als eher schwächer und damit als angreifbarer eventuell habe ich da einfach so eine kleine würde ich sagen eine kleine vorteilssituation okay die kurfürsten ziehen in den krieg ich könnte den bürgerkrieg zwischen ihnen verhindern ja das mache ich auch für noch mehr imperial autorität stoppt den krieg der ist nicht gestattet bei uns hat mich halt auch noch ein bisschen imperiale autorität gekostet ne okay moment also mein weg führt mich jetzt definitiv dahin ich finde es übrigens witzig aus meiner sicht wohnt da immer noch skarsnik aber das ist ja in warman 3 nicht mehr der fall schutz sonst nix nochmal zwei schwertkämpfer und nochmal ein armbussschütze der ist jetzt hier weg ich guck mal ob irgendwo da ein festus ist ja da ist er ne ne er ist es nicht selbst aber seine minions sind da hallo hallo einen schönen guten abend und willkommen eigentlich ja räudiger rabe aber es macht auch sinn letzten endes dass es autorität kostet weil du musst halt die autorität haben und ausgeben verstehst du und zu sagen nein ne also man kann das schon auch im ressourcen sinne sehen vielleicht war es früher falsch vielleicht ist es jetzt falsch vielleicht haben sie es auch geändert einen namen für einen mörser die großen spucker alles klar machen wir gleich Parasite cool wir haben in übers reich eine unterstadt entdeckt die großen spucker also hier ist tatsächlich eine unterstadt burn it away so baston wurde vernichtet unterstadt wurde vernichtet jetzt holen wir uns diese siedlung da ich bin übrigens immer noch nicht der meinung dass mit das gefällt dass man äh keine männer aufgeben muss für das kolonisieren weil das war für mich früher immer eine sehr sehr schöne strategie um die ki ordentlich in die pfanne zu hauen ich meine klar ich adaptiere das aber ich finde es schade dass diese option weg ist weil wenn die halt dann was kolonisiert und sie dann quasi nur noch mit halber manpower rumsteht das habe ich immer sehr sehr gerne ausgenutzt die praxis gefällt es so ja hängt halt auch von der situation ab ne wenn man natürlich eher dazu neigt selber in so eine falle zu tappen ist das doof ich sehe das voll ein ich sag bloß das ist so meine sicht der dinge das heißt aber nicht dass ich deswegen das jetzt hier bei der ca das knüppelhart vertrete habe ich noch nicht mal gegenüber denen erwähnt es fällt mir nur persönlich aus und ich erwähne es euch gegenüber dass das für mich halt so so na schade ist aber wie gesagt da darf jeder seine eigene meinung dazu haben hm ich kann noch mehr männer rekrutieren komm ich nehme nochmal zwei armbos schützen warte mal wie groß ist der bonus bonus gegen große feinde ja die sind halt gut gegen kavalerie mal gucken was die diplo noch bringt aquitaine möchte sprechen eine großkanone möchte jan mit dem namen distanzlocher weiß ich nicht ob wir das heute noch schaffen jan wie gesagt wir sind in einer dreiviertelstunde in dem anderen spiel so ich habe schon nicht einen größten pack mit den ersten waldelfen ich muss wirklich glück haben schutzbündnis mit koron geil also meine diplomatische strategie geht auf hier gibt es jetzt jede menge untoten die zu einem problem werden auf lange sicht ja komm ich gebe das geld aus wieder 2000 gold zum fenster raus geschmissen guten abend john mein lieber willkommen willkommen dann musketen schützen ja die kriegen wir auf jeden fall hin dann machen wir daraus die distanzlocher kein problem na gut ist aber so flash ich bin da voll und ganz bei dir das wäre eine möglichkeit um schwierigkeitsgrad festzulegen nur mal so ein beispiel es wird sich ja schon lange darüber aufgeregt ach wie nett kriege erklärt jetzt hier von ihm ja dass und ich bin auch der meinung zu recht dass die ki fragwürdige zahlenboni bekommt also mehr moral mehr angriffsbonus mehr geschwindigkeit in schlachten umso höher die schwierigkeit ist aber das wäre doch genau der hebel den du gerade eben erwähnst wenn du nämlich hergehen würdest und sagst auf leicht bekommt der spieler den malus nicht also er verliert keine truppen beim kolonisieren die ki aber schon auf leicht auf normal bekommen es beide nicht auf schwer könnte man das dann so machen dass zum beispiel der spieler äh es verliert und bei der ki vielleicht auch und bei sehr schwer könnte man diesen malus an männern die man verliert sogar noch erhöhen weil das würde letztendlich auch das spielerlebnis je nach schwierigkeitsgrad verändern meine meinung aber ist nur meine meinung oh wow die sezession verhindern jetzt wird es aber langsam aber sicherlich echt haarig ey ich sag's euch es beginnt haarig zu werden ich könnte nämlich jetzt echt mehr reichsautorität gebrauchen mehr einkommen aus allen gebäuden lokale provinz mehr geld verdienen bitte noch mehr geld verdienen bitte die truppe lasse ich jetzt hier gerade eben mal ich gebe es noch nicht weiteres aus aber das sind so diese stellschrauben wo man die gibt es sicherlich im spiel einige ich weiß nicht wie viele aber sicherlich einige wo man theoretisch den schwierigkeitsgrad daran äh nageln könnte ohne dass man unbedingt jetzt der ki überall hier und da sinnlose zahlenboni geben müsste ne das ähm das wäre aus meiner sicht sehr viel sinniger okay ich muss jetzt diese armee hier irgendwie blockieren das hat auch geklappt wunderbar der holt sich nämlich jetzt hier gleich wieder weiß mund hallöchen navy seal äh du hast eigentlich nur den anfang den sehr friedlichen anfang verpasst jetzt hier mit meiner imperiums kampagne die offensichtlich atypisch ist die meisten leute haben nämlich glaube ich mehr probleme mit denen und ich habe es auch gehört dass es schwer sein soll alleine weil glaube ich altdorf ein bug hat nämlich keine mauer habe ich gehört wohlgemerkt für die bergstadt für die bergstadt avalon also die stadt soll avalon heißen an die imperium und der navy seal ähm du hast äh verpasst dass wir ich weiß nicht ob du das verpasst hast dass wir in einer guten halben stunde äh einen paid stream haben für mich also einen sponsored stream für crossfire legion ein rts also dieses stadt hier avalon oder stadt ascaras ich warte noch kurz darauf dass an die imperium schreibt damit ich das auch bestätigt machen kann so jetzt müssen wir da hoch weil ich glaube ich muss mal gegen festus was machen festus fängt an lästig zu werden festus wird ein lästus ich weiß ganz schrecklicher witz fürchterlich wie konnte mir ob nur seinen schwachsinn sagen ja ihr kennt mich hm 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 nächste ah ok dankeschön an die imperium diese stadt machen wir wunderbar wunderbar machen ich finde übrigens auch oh da wollte ich mal eure meinung dazu einholen und zwar ich bin am überlegen es mir anzutun und ich weiß jetzt natürlich nicht wie sehr das überhaupt für euch in Frage kommt, die meisten von euch werden Studenten oder arbeitendes Volk sein. Ich glaube, die meisten sind arbeitendes Volk. Dass ich auch mal wirklich unter der Woche Morgens-Streams mache. Das ist so etwas, was ich mir überlegt habe, mal so als Experiment. Ja, ja, und du bist ein Finanzhai, das weiß ich laut Kommissar. Stimmt, die Mosketenschützen. Richtig, 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 die Distanzlocher. Mache ich. Danke, Kartoffelspullover, dass du mich nochmal darauf hinweist. Käme sowas überhaupt für euch in Frage? Ich brauche die Imperiale. Okay, ja, ja, klar, ihr werdet da raus, das ist mir schon klar. Wie gesagt, es ist nur so meine Meinung, es heißt nicht, dass ich abends nicht mehr streame. Das heißt bloß, dass es hin und wieder mal halt zusätzlich auch sowas gäbe. Also, das ist so rein hypothetisch. Also, Avalon war es, glaube ich. Und die Mosketenschützen, die Distanzlocher. Ach, guck mal, da kommt wieder Kohle an. So, die Distanzlocher. Naja, ich habe mir schon gedacht, dass die meisten von euch da nicht können. Aber wie gesagt, ich würde es, glaube ich, einfach mal ausprobieren, just for the lols. Für mich dann auch immer, oh Gott, hier haben wir schon richtig heftigst, ähm, heftigste, äh, Chaoskorruption am Start. Müssen wir also vorsichtig reinmarschieren. Also, es wäre für mich einfach nur quasi, um zu gucken, wie es ankommt und, äh, na, logischerweise neue Zuschauerschichten generieren. Um es mal technisch auszudrücken. So, oh, Marienburg. Das Problem mit Marienburg ist, dass ich nicht weiß, ob ich Marienburg mit Kriegerisch holen soll oder auf die freundliche Art. Deswegen werde ich mal noch kein nicht anderes Pack mit Marienburg machen. Erstmal wenden wir uns aber gegen diesen ollen Festus. Der muss in meinen Augen hier jetzt erstmal leiden. Das ist geil. Hat wieder geklappt. Ich hab genug Probleme, ja, ja. Genau, Flash, weil ich möchte wieder einen bürgerlichen 9-to-5-Arbeitstag. Nee, tatsächlich würde der sich tatsächlich gar nicht, äh, für mich so entwickeln. Das wäre nur quasi, dass ich dann halt, also manche Sachen halt tendenziell, die ich länger spielen will, mehr in den Stream verlagere und auf YouTube halt wirklich eher so den Fokus auf, also auf dem Hauptkanal auf YouTube, weniger viele, Projekte, Projekte, sondern eher so drei ausgewählte, die man halt verfolgt und dann immer wieder mal noch so Einzelvideos zu diversen Spielen, wo ich vielleicht ein bisschen mehr, also in diese Richtung dazu mache. Und die, ähm, Streams würden ja auch dann wieder auf dem Ankanal landen. Das wäre nur so meine Überlegung. Ich habe mir das aber natürlich noch nicht final durchgedacht, wie immer. Okay, Tiermenschen greifen die Stadt eines Kurfürsten an. Äh, in diesem Falle werde ich mit Geld ihnen zur Seite... Oh, der Goldorden, das ist dann auf 10. Na dann. Und ich habe nochmal 3000 Gold gerade eben bekommen. Stirland wurde vernichtet. Oh nein. Ah, das ist nicht so gut. Das ist auch nicht so gut. Die Untoten kommen. Sie kommen weigerlich und unvermeidlich. Ich könnte Pistoliere gebrauchen, aber... Woher nehmen? Also ich versuche den jetzt hier nochmal aufzuhalten. Jetzt, wo es wichtig gewesen wäre, hat es natürlich nicht geklappt. Ich mache jetzt mal Rüstung für die Infanterie. Ne, mit Marienburg. Ja, doch, ich mache nichts anderes gepackt mit Marienburg. Im Notfall kann man den immer noch wieder aufheben. den Rest des Geldes muss ich gerade eben mal sparen. Aber ich kann jetzt halt auch nicht ewig warten, um noch mehr Truppen zu rekrutieren. Wenn jetzt die Untoten auch noch von Osten kommen. Stimmt, ich habe Battlefleet Armada, Battlefleet Gothic Armada 2 schon lange nicht mehr gespielt. Vielleicht, ich gebe zu, das ist eines der Spiele, die ich auch hin und wieder mal so ein bisschen darüber nachdenke, ob ich es mal wieder machen soll. Mal gucken. Ähm, sehe ich uns da gewinnen oder nicht? Ne. Leider sehe ich uns nicht gewinnen. Ja, ich bin für diesen Nicht-Eingriffspakt. Das Leben ist ja ohnehin gerade eben schon nicht mehr so frisch und fruchtig. Ach, wie geil, der steht jetzt hier rum in dem Marsch-Modus. Festus ist bereit für die Opferung. Ähm, ne, ich kann das nicht machen. muss die imperiale Autorität auf mindestens drei jetzt hochbringen. Festus ist ready to die. Boah, geil, ich habe den einen weggemessert. Und Festus ist auch so gerade eben angeschlagen. Also gut, komm, das wird nicht geiler, wenn wir jetzt hier rumstehen. Festus kann weggeklatscht werden. Nehmen die Kohle. Und wieder weg. Hallöchen Yoda-Boy, äh, zu welchem Spiel? Das ist für mich gerade eben so ein bisschen aus dem Off gesprochen. So, 5% mehr Verlust Versteigungsrate und weniger Vitalitätsverlust. Das ist ein geiler Bonus für uns. Rüstung des Glücks ist auch da für Imperator Karl Franz. Und wir haben Stilllands Rache freigeschaltet. Aber die hole ich mir jetzt erstmal noch nicht. dann ich könnte den so weiter leveln. Okay, das ist witzig. Dann die Reichsgarde, Rüstung für Bierhandkämpfer. Ne, ich mache jetzt erstmal den Unterhalt für die Truppen geringer. Wir können die Kohle gebrauchen. Dann verbessern wir nochmal das penumbrische Pendel. Er macht noch mehr Truppen auffüllen. Ah, und er kann noch Sigmas Hammer machen. Dann sind wir relativ schnell hier wieder fit. Oh, oh. bleib du mal schön auf deiner Seite. Ich muss dringend noch Truppen verstärken, eh. Handel, der bringt uns ein Schutzbündnis mit dem Eishof, der echt noch nicht sehr stark ist. Der ist wirklich noch nicht sehr stark. Komm, ich brauche denen doch mal was rein, dann ist halt die Kohle wieder weg. Wo haben wir drei? Ja, ja, da kommen auf jeden Fall noch DLCs. Das würde mich, also das würde meine Welt auf den Kopf stellen, wenn da keine DLCs mehr kämen. Die Kuh ist de facto gerade eben erst in den Stall gestellt worden, Sarelyon, ne? Um es mal mit dem Bild der Kuh zu bringen. Willkommen zurück, Blub, ich hoffe, es hat ihr davonlaufen. Das ist jetzt doof, weil jetzt bekomme ich verschleischt statt zu regenerieren, das heißt, ich muss mich komplett zurückziehen und damit fällt mein Plan ein klein wenig ins Wasser sofort zu attackieren. Also, direkter Rückzug wieder ins Altdorferland. Naja, dauert auch nicht allzu lange, das jetzt hier zu regeln. Wo ist der eine Kommandant? Okay, die sind hier hart auf dem Weg. Der ist garantiert in den Hinterhalt gegangen. So wie das hier aussieht. Okay, die Zweitarmee hier ist jetzt jetzt also auch gefull stackt. Okidoki, Nächster Turn. Navy Seale meint, die Schlangenmenschen kommen bestimmt noch. Ja, da wird noch viel kommen. Wie gesagt, mir ist ja auch aufgefallen, dass ganz weit im Osten unter Kartei, da ist noch der gesamte Halbkontinent, also Halbkontinent, Subkontinent, Subkontinent von Int theoretisch aufbaubar, also er ist einfach nicht existent, aber ist auf der Karte, man kann nicht reinlaufen. Jetzt kann man das vergleichen mit Free Kingdoms, weil Free Kingdoms war Südkorea ja theoretisch auch, da wurde aber nie, ist nie gekommen. Das ist der einzige Grund, der mich so ein bisschen skeptisch macht, ob das funktioniert. Ne, ich baue erstmal nochmal ein bisschen mehr von dem hier auf. Also ob Int kommt, aber die Möglichkeit besteht, ich glaube das sind so Optionen, die sich CA einfach offen hält, ob sie so etwas machen oder nicht. Also je nachdem von dem sie glauben, ob es bei den Zuschauern halt entsprechend ankommt. Oder in dem Fall von den Spielern. Bonus gegen große Feinde für ihn, das wäre doch nicht schlecht. Ja, den brauche ich hier nicht. Ich kann ihn aber hier gebrauchen. So, und jetzt gehen wir wieder auf die Pirsch. Da ist wieder diese olle Armee. und wieder einen weg gemessert. Okidoki. Es könnte schlimmer laufen. Sogar deutlich schlimmer. Also nach der Anfrage, also was hier so richtig auffällt, wie ich finde, in Warhammer 2 war Karl Franz's Position von Anfang an ein Albtraum. Also die ersten 20 Turns waren schlimm. Und danach wurde es besser. Und jetzt scheint es geändert zu haben. Jetzt sind die ersten 20 Turns durchaus gediegen. Zumindest aus meiner N gleich 1 Erfahrung gerade eben. Und dann wird es heftig. Und das deutet sich ja jetzt hier schon an. Mit Festus und mit den von Karsteins von Norden und von Osten zwei gleichzeitige Angriffe. Dann hast du gleich einen Zweifrontenkrieg. Fühlst du dich als deutsch gleich zu Hause. Entschuldigung von Zynismus. Mac Merple Hood von the land. Okay ja das jetzt hier Mac Merple Hood von the land. Mac Mer Pe Hood So von the land. Die Namen werden wir auch nicht mehr los. Da ist was entstanden mit diesem Namen. Ja okay Dotu habe ich jetzt wahrscheinlich einfach Glück gehabt dass das mir nicht passiert ist. Der ist jetzt schon wieder da oben und ich möchte es geht jetzt natürlich nicht weil ich erfolgreich gemessert habe. Mauern beschädigen kommen give it a try leider nicht geklappt ich könnte halt auch Weißmund wieder zurück geben das würde hier das Ding auch wieder auf 10 erhöhen wäre wahrscheinlich sogar clever das zu tun weil dann würde ich wieder Autorität nach oben schieben wenn ich sage nö ich konfitriere euch nicht Bismarck schreibt kannst du was über Warhammer 1 sagen habe es bekommen ja ist halt das grundlegende Warhammer von den dreien also es ist halt deutlich eingeschränkter als zwei oder drei hatten wir damals im vergleich zu Warhammer 2 und 3 schon spaß gemacht aber das ist das was ich am deutlich kürzesten gespielt habe also ich glaube gerade eben so 100 spielstunden nicht 2000 wie Warhammer 2 weil es einfach sowohl von der Lokalität her als auch von den Spielmechaniken mir zu sehr eingeschränkt war aber letzten Endes sag ich jetzt mal probiere es aus also bei mir ist es schon lange her Jahre dass aber es ist halt eine grundlegende Voraussetzung für den Mortal Empire in 2 und Immortal Empire in Warhammer 3 also das ist sozusagen schon mal eine von drei Eintrittskarten ach der hat sich das jetzt ja selbst geholt okay oh god was haben wir denn jetzt für eine Krankheit Vitalität im Kampf müde nennen wir das mal ungünstig es ist fehlgeschlagen wie weit kann der marschieren ich möchte mal wissen wie weit er kommt man ich will die armee anklicken okay der kommt nicht bis Hirschburg dann werde ich nämlich jetzt hier Hirschburg erobern ich werde es in dem Fall jetzt tatsächlich selber besetzen und ihn später verkaufen einfach weil ich einen Ort zum regenerieren brauche so dann verbessern wir jetzt hier die behind kämpfe hier machen wir noch luk und trug wir machen ihn leidenschaftlicher der hat überhaupt gar keine nahkampf abwehr es ist krass wie wenig nahkampf abwehr die haben will ich das ich bin mir da noch nicht so sicher ich denke dass wir vielleicht mit ein bisschen artillerie oder mit einem schreiendes sigma hier besser fahren weil die flagge landen sind halt echt nicht schlecht wenn man schreiendes sigma ja komm imperiale artillerie muss her imperiale artillerie euch lasse ich immer noch hier so wie ihr seid es wollen einige mit mehr handeln sobald du mit einem handelst wollen die andere nicht mehr mit dir handeln das ist doch immer wieder dasselbe hier ich glaube es ist die neue methode der devs um dafür zu sorgen dass der spieler nicht so schnell zu viel geld bekommt ich habe keinen beweis für diese these es ist nur eine annahme von dem her was ich sehe denn ich spüre den effekt oder haben die luchs oh dem priester könig die abgelegte waffe von sie geben weißt du was ich gelesen habe die abgesägte habe ich erst gelesen äh nein ich mache ich nicht eishof die abgesägte waffe warte mal haben wir abgesägte schrotflinten hier naja mein kopf mal wieder deswegen ist es ganz gut sachen manchmal zweimal zu lesen navy seal hätte gerne einen charakter der navy seal heißt äh welche einheiten josef gangel sollen denn äh bitteschön mikado spieße heißen äh tut er nicht weil wir da chaos korruption haben die praxis das ist das problem wir haben hier chaos korruption und zwar übel und deswegen äh ist das kein spaß für uns gerade eben bei sigma irgendeine einer mit stammwaffen okay das sind jetzt die mikado spieße hier mikado spieße prosse sich mit apostroph so du siehst hier überall totenkopf 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 deswegen muss ich da rein ähm dann werde ich jetzt hier mittenheim zurückerobern spiel sagt knapper sieg so knapp sah der jetzt gerade eben nicht aus ich gebe das mal wieder zurück an den kurfürsten so und jetzt gehen wir mal schnell hier hin wieder zurück na deswegen brauche ich diese hirschburg hier gerade eben als rückzugs ort dann machen wir hier noch die reichsgarde besser du bekommst noch mehr leidenschaftlichkeit meinst du dass ich ihm das geben soll oder dem anderen ich glaube tatsächlich er könnte diese waffe sehr gut gebrauchen im notfall den drachenzahn ach einen heldentöter haben wir auch na dann so jetzt kommen wir gleich gleich die meldung dass wir wahrscheinlich konfigurieren können wir werden nein sagen der boris soll nämlich hier nicht zum wüterig werden ja da ist es wieder der festus drin schwierig schwierig oh ein handel war ich so ein braver junge dass die tatsächlich freiwillig mit mir handeln militärischer zugang und bündnis ok läuft bis jetzt nächste turn die luk schreibt merp spielst du privat eigentlich mit mods in warmer spiele zur zeit abwechselnd mit radius und grim hammer die beiden kenne ich die haben wir schon mal in warmer 2 getestet verbessert vieles im spiel du kannst nicht mehr ohne mods wie hans schreibt ich komme nicht viel zu privat spielen also die meiste zeit bin ich wenn ich etwas spiele seht ihr das oder ihr seht das ergebnis paar tage oder wochen später im sinne von dass ich ein spiel das ich halt zeigen darf oder soll auftragsarbeit halt üben muss oder wenn ich ein neues projekt machen möchte dann kann es sein dass ich da hin und wieder mal so ein bisschen über also ich komme deswegen so gut wie gar nicht egal bei welcher art von spiel zu mods außerdem habe ich immer noch die attitüde ähm dass ich aufgrund dessen weil ihr ja geld für die spiele und für die dlc zahlt möchte ich ja versuchen die ähm sag mal habe ich schon wieder ist das ey leute das ist doch ein bug ich hatte gerade ein plus zwei ich müsste bei drei sein das ist doch ein knallharter bug das sehe ich jetzt schon das zweite mal oder verliere ich die autorität wenn einer vernichtet wird ja das frage ich mich halt auch gerade eben ah ok zauberer ja gut dann muss ich das ja nur warten bis die alle tot sind ja jetzt haben die waldelfen nullen erobert tja nullen ihr seid halt auch echte nullen ne da fällt mir auch nicht mehr viel dazu ein ich muss hier nochmal eine runde regenerieren sonst komme ich hier zu nix ich werde also hier noch kurz drin sitzen bleiben müssen und wie gesagt ich baue das ding auch gar nicht groß aus das einzige was ich da glaube ich kurz rein mache ist ein gehöft ein paar felder wenn ich das ist unangenehm mit denen da oben das ist super unangenehm ja aber ganz ernst ich verliere doch nicht jedes mal zwei also ich hab dann hätte ich zwei autorität für den tod eines kurfürsten verloren das macht die sache ja ehrlich gesagt ziemlich behämmert so guten abend ich wurde gebeten ein paar worte über vpns zu verlieren aus irgendeinem grund ja ich habe das vorhin angesprochen warum ich keine werbung für vpns mache und ich habe gesagt du kannst das richtig gut erklären weil du dich damit auskennst ich hatte nur so ein gefühl dass die schwachsinn sind und du kannst uns erklären warum sie schwarzen sind genau ich habe im disco mal ein video gesendet also prinzipiell es läuft hinaus die vpns die euch angeboten werden online über diese werbung die sind das ist nicht wo das wofür vpn gedacht ist die bm ist dafür gedacht dass du von außerhalb auf ein eigenes netzwerk zu kass wie zum beispiel von außerhalb auf die firmen netzwerk ist so wie josh auf seine uni als genau das und was die mit die vpns werben dass es sicherer ist stimmt nicht also es ist nicht sicher also gar nicht es macht keinen unterschied und dass man den netzwerk verkehr nicht nachvollziehen kann das stimmt auch nicht so ganz das kann einfach nur jemand anderes dann plötzlich nachvollziehen wo ihr überall hingeht und in dem fall ist es halt eine externe kleinere firma und der vertrauen will kritisch also standort wechseln ja klar es funktioniert aber es ist die preis ich bin wenn man mich persönlich anfragt ich kann euch da eine kleine teil schicken das ist alles zusammengefasst aber es lohnt sich einfach nicht dafür zu kaufen ja also rechnen sich einfach nicht und es ist vor allem auch ein bisschen irreführende werbung da könnte man auch sagen sicherheitsfaktor ist gleich null wenn ihr sicher sein wollt schickt oben in eurem browser ob dein kleines schlüssel schloss im pool ist dann sicherer wird es nicht mehr übrigens zu knackst ein klein wenig wo hat gerade eben josh gesagt also man könnte zusammenfassen also für das für was vpns für privatpersonen beworben wird das hat das niveau von schlangen öl werbung wie früher wenn der scharlatan quacksalber durch die lande gefahren ist und das neue schlangen öl angepriesen hat letzten endes jetzt haben wir wieder plus zwei komm ich mach das jetzt schauen wir mal wieder ganz schnell ab in die richtung also er hat es jetzt hier wieder zurückbekommen jetzt frage ich mich aber ob ich sofort wieder eine meldung bekomme dass er konföderieren möchte weil eigentlich müsste jetzt eine 20 gründige abklingzeit drauf sein habe ich jetzt eigentlich nee die sind noch nicht fertig ich möchte eigentlich die flagelanten hier reinnehmen weil die flagelanten rennen nämlich gegen die untoten nicht weg aber eigentlich sind jetzt hier schon ganz ganz gut gelevelt die jungs das war ein anderer kurfürst okay das war einer okay gut ich habe da gerade eben nicht darauf geachtet ich habe gerade eben nur darauf geachtet ich war erst mal verwundet so hochland ist wieder da denen habe ich okay ich habe hochland wieder zum leben erweckt ja wie man jetzt hier auch sehen kann boah komm jetzt verlangsame die große armee er schafft es einfach nicht genau und dafür gab es noch mal autorität zurück das ist ja auch schon mal ganz gut jetzt bin ich nämlich wieder bei plus zwei damit ich endlich mal irgendeinen konföderieren kann das will ich allein aus wirtschaftlichen gründen um noch mal ein bisschen mehr möglichkeiten zu haben beinfreiheit man kennt man kennt es nur ja und gerade ein plätzchen nehmen das bappt der mit am teller fest das wollte nicht gegessen werden ich denke dass ich hier eher auf talerbeck land gehe also ich unterstütze talerbeck land weil hochland wird gleich wieder tot sein die mission ist mir egal die bronze festung wäre aber jetzt eine option anzugreifen deswegen gehe ich jetzt hier schon mal in stellung die bronze festung zu attackieren hier hat es jetzt endlich wieder geklappt ne ich muss halt einfach mal endlich mal irgendeine dieser armeen verlangsamen können sonst gucken wir einfach nur die ganze zeit dumm aus der röhre helden für äh kapazität für kriegspriester ja und er hat auch einen level up so er machte sie die elite des imperators die plo da können wir wahrscheinlich nichts tun nein können wir nicht das nächste turn zurückgeben gibt auch autorität ich weiß ich weiß ich weiß hm ich glaube das hauptproblem die praxis ist eher nicht die vielfalt der rassen bei diesen mods wie radius oder grim hammer ähm du musst als allererstes erstmal damit leben dass sie glaube ich komplett auf englisch sind also zumindest damals in warmer 2 waren sie noch in englisch ist das immer noch so ich möchte nichts falsches behaupten aber das bedeutet dass du das spiel halt grundsätzlich umstellen musst ah radius ist eine deutsche mod okay dann das ist cool dann muss ich mir die doch noch mal angucken weil das war damals für mich so auch so ein ding wo ich gedacht habe ja wollte ich jetzt nicht unbedingt so oh gott pyrus sieg ja müssen wir machen leider ich gebe das ding hier auch zurück wobei ich könnte es erst ausrauben und dann zurückgeben ich gebe es so zurück so das hat hier noch mal meine autorität erhöht ich habe noch mal eine glitzernde schuppenrüstung bekommen und nun haben wir todes klaue ja ich verbessere jetzt hier auch die behind kämpfer es beginnt und jetzt muss ich gucken dass ich mich hier aus dieser affäre wieder raus ziehe leidenschaftlich für ihn und er bekommt die glitzernde schuppenrüstung es könnte auch mal klappen genau ich könnte auch den verschleiß reduzieren das wäre auch sinnvoll gibt so viele dinge die gerade sinnvoll wären aber ich bin gerade eben erst mal unterwegs und rette das imperium vor festus und seinen wilden experimenten aber das ist eine gute info dass radios tatsächlich auf deutsch ist dann muss ich mir das noch mal anschauen ja ja das ist nene das ist der kommandant der passt auf dass die untoten nicht kommen also der sicher das ist sozusagen der hüter der östlichen fronten hier na du siehst was hier phase ist wir haben noch keinen krieg aber wer weiß wie lange wir keinen krieg haben mit denen jetzt erstmal schnell weg hier wieder zurück in unser eigenes gebiet er schafft es nicht er schafft es einfach nicht das ist gerade super heftig bitter hier machen wir immer noch nichts nächste turn ok ich sehe gerade eben ihr seid euch offensichtlich momentan nicht ganz einig ob das jetzt auf deutsch oder auf englisch ist im zweifelsfall gucke ich es mir mal an helnguard das können wir heute nicht mehr machen ich möchte diese schlacht selber spielen leute weil ich glaube dass da was drin ist weil das was da kommt kann durch die helbardiere übel zerpflückt werden aber ich möchte es nicht berechnen und wie gesagt es ist jetzt schon drei vor acht ich werde jetzt hier speichern wir werden das ganze nächste woche fortführen wir beginnen